Wir haben gerade geschossen, ja. Ja, von wem? Ähm, ja. So. Tag auch. Ich wollte meine Waffe ausprobieren und hab verpeilt. Ich bin Inno. Ja, Flo ist Traitor, Alter. Aber spielen wir denn jetzt schon? Ah, ein Schuss! Ja! Oh nein, zwei Schuss sind voll scheiße. Wir spielen schon? Gerade Fairbanks ist drauf. Dann würde ich sagen, wir machen Mad-Change. Und danach geht's echt los, okay? Also ich hab nur noch vier Leben. Ähm, scheiße, bad. Geil. Oh, den muss ich mir merken. Arnold schreibt da im Chat, Leute, mach mich fruchtig. Ich finde, das ist eine der schlimmsten Werbungen aller Zeiten. Welche Werbung? Diese mach mich fruchtig Werbung von Skittles Cloud. Ja. Weißt du übrigens, welche Synchronsprecherstimme das ist? Das ist Marcus. Mach mich fruchtig. Oh, was nehmen wir an? Mach doch mal Map-Change. Ähm, ab jetzt geht's los. Slender Version 3. Erstmal Slender. Nee, nee, nee. Mach mal erst mal was Neues, Mann. Gönn den Leuten nochmal was Neues. Okay, dann Dungeon. Alle Dungeon. Achso, übrigens, äh, ne. So. Ich mach's mal wie Booty. Achtung nochmal. Jetzt alle ruhig. Psst. Alle ruhig. Alle ruhig. Alle ruhig. Alle ruhig. Jetzt ganz offiziell, meine werten Damen und Herren, liebe Patienten. Wir heißen euch herzlich willkommen zu TTT Trouble in Terrorist Town mit meiner Wenigkeit dem guten Frodo, dem Robin, dem Bad Ghost Rider, den Klosen. Oh, man. Hubert. Die Brotlosen Bananen. Die Brotlosen Bananen. Danke an die Dashmiles. Ich bin auch noch dabei. Und äh, noch ganz andere, die dich jetzt aufgrund dieser, dieser tollen Animation abgelenkt haben. Wow. Fabi ist äh, auch dabei und Brink ist auch dabei. Wir werden einfach ignoriert. Der arme Rigg, Alter. Ihr seid einfach nur Sidekicks. So, ganz ehrlich, äh, können wir ganz kurz noch warten, bis ich mir die Battle-Brille aufgesetzt hab? Was? Ich bin die Booty. Was? Wenn du unvorbereitet ins, äh, ins Geschehen kommst, hast du selber Pech gehabt. Was gibt's hier alles für Waffen? Frodo ist voll der, Frodo ist voll der, der Booty-Nachmacher. Voll der, ne, wie heißt er der? Voll der Booty-Nachmacher. Mann, ja geil, endlich mal ne neue, ne Vector. Wie ist denn ne Vector? Hat schon mal einer mit ne Vector geschossen? Die ist kacke. Die ist kacke? Die ist wahrscheinlich scheiße. Wow, das tut weh. Wow, was ist das hier für ne Map? Wacht doch sowas nicht. Ja, was ist das denn? Gott, was ist das denn für ne Map? Boah, was hab ich denn für ne Knarre hier? Was ist denn hier los, Alter? Ne Magnum-MG-6. Ja, ich wollte gerade fragen, was das für ne Map ist. Für ne Map. Ey, nicht vergessen Leute, jetzt, jetzt geht's um Leben und Tod. Um Kaninchen und alles andere. Um Kaninchen, den man in den Bau holt. Ja, dem kriegst du auch um Leben und Tod. Muss man hier runterspringen und dann kriegt man Fallschaden? Echt? Ja. Ja. Das heißt ja auch Mr. Anderson, ne? Alter, was ist denn die Magnum? Ist das die... Boah, ist lecker. Ja, Eno. Ey, ich bin Detective. Oh, Frodo ist Detective, scheiße. Ich bin Eno. Oh, Eno. Oh Gott. Alter, warum seid ihr eigentlich... Ey, sag mal, seid ihr eigentlich auch alle schwarz? Ach, je nachdem, wo man steht. Boah, bist du Rassist, ey. Nein, aber an die Stellen. Boah, Alter, hier unten ist mega riesiges Areal, Alter. Ja, ich hab auch geschlossen. Boah, es ist dunkel, Mann. Warte mal, ich muss echt erstmal... Flo, ich verfolg dich mal. Yeah. Äh, halt, stopp. Wer mich jetzt erschießt, ist ein blödes Arschloch. Ich bin im Menü und muss ein bisschen heller machen. Traitor shoppen. Hä, wie kommt man denn hier, Flo? Ey, Flo, der Stream sagt, du sollst dich mal ein bisschen lauter stellen. Ich soll mich lauter stellen? Ja, ich höre Schüsse. WTF, Alter, ohne Scheiß. Das ist das Nervigste am Twitchen. Ja, ey, ich hab doch gerade gesagt, wenn ich jetzt erschießt, ist ein dummer Penner. Rick war Traitor. Ja, Third-Party-Technology-Brill. Wo mach ich denn hier, äh... Ich muss erstmal auf diese Waffen klarkommen und auf dieses Spiel. Du musst jetzt eigentlich leise sein. Ich würd gerne das Brightness-Level adjusten, das geht aber nicht. Bei mir ist nur, dass mein Charakter die ganze Zeit schwarz ist. Der erfüllt mich riesig. Wo, was ist das denn? Also, ich hab hier den Wick getötet, um dich zu beschützen. Ja, ja. Und ich wollte dich einfach töten. Ja, ich, äh, trau dir jetzt einfach mal und gehe mit meinen Dual-Berettas auf die Jagd. Alter, was ist ne Akku-Pulse, ey. Ne Dual-Bubble. Woah. Scheiße. Woah. Ich höre Laser. Also, Wick, ne, Flo, ich töte dir, weil ich einfach ganze Zeit bei dir rumstand. Bin ich jetzt eigentlich, äh, bin ich jetzt eigentlich, äh... Woah, was ist denn der Striker? Bin ich jetzt eigentlich laut genug? Das ist ein Granaten-Werner. Oh, shit. Wo ist meine Waffe? Ihr seid, ihr seid wohl alle zu laut. Sekunde. Ich muss euch jetzt natürlich mal wieder leiser stellen. Ja, ich muss euch mal leiser machen. Bist du interessant? Robin? Sekunde mal kurz. Oh, yeah. Ach, danke an Marubi 2. Wie sollen wir denn Borderlands weiterspielen? Oh, sorry, 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 sorry. Ja, ich war das. Lautstärke anpassen. Du bist fast so schlimmert, äh... Nein, Mann. Ich dachte ja auch, dass die rechte Taste reinzoomen ist, aber die, die Waffe ja zwei Schussmodi. Lautstärke anpassen. Das konnte ja keiner wissen. Okay, Frodo, wer ist jetzt Traitor? Hubert oder... Fairbanks ist auch noch um den Scheiße. Woher soll ich denn sowas wissen? Lautstärke anpassen. Du bist Dete, mach deinen Job. Ich glaube, es ist Fairbanks, der Waffe. Ja, es ist ja bisher erst einer tot und das ist der Traitor. Wieso soll ich sein? Lautstärke anpassen. Wo ist denn Theo? Dann muss ich mir mal die Leiche angucken. Wo ist denn... Schau dich die Leiche an. Flo und Lautstärke anpassen. Ich geh jetzt zu der Leiche, kommt bitte einer mit und beschützt mich. So Freunde, jetzt hab ich von allen möglichen Menschen die Lautstärke anpasst. Hier ist eine Leiche. Jetzt müsste eigentlich alles halbwegs funktionieren. Und danke, Saphir 30 11 20. So, ich bleib übrigens bei Frodo. Ich vertraue Flo nicht. Kannst du irgendwie bad? Kannst du bitte noch mit mir mitkommen? Ich glaube Flo ist Inno, der hätte mich abballern können. Ja, kommt irgendwer her. Ich bin Inno. Also, Leute, ich sag ganz ehrlich, Flo ist in meinen Augen proven, er hätte mich abballern können. Ich möchte jetzt einfach nur die Leiche finden. Wo ist die? Ich bin proven, er ist... Welcher Flo? Es ist schon... Dieser Theo ist schon tot. Okay, du bist damit Fluff. Oh, ich höre Schüsse. Ich lauf gerade hinter dir her, nicht erschrecken. Ah, hinter uns ist Jesse. Ist irgendwer gestorben gerade? Können alle mal noch was sagen, weil ich hab ne Theorie, wer der Traitor ist. Glücklich, das ist doch fälliges Recht. Also, wir sind noch da. Äh, ich bin hier bei Fluff. Da steht jemand im Haus. Wer ist denn in dem grünen Haus? Ne, das Ding ist... Wer würde ich erkennen in dem... Oh, Alter. Fairbanks ist da drin. Das sind zwei. Ne, ich hab die Theorie, dass es Q-Bert ist. Ich töte jetzt mal Q-Bert, ja? Nein, aber... Aber du hast doch grad geschossen, Alter. Ja, hier sind voll viele Fluff. Ja, das hättest du mal sagen können. Ja, das hättest du mal sagen können. Ich hab Q-Bert mal kurz alleine... Also, wer sich jetzt mit mir anlegt, Alter, der kriegt's mit meiner Striker zu tun, Junge. Ey, Flo, ganz ehrlich, alle sind hurt, weil man da runterspringen musste und... Ja. ... damit ich auf die Fresse gekriegt hat. Hm. Was du sagst, macht Sinn. Wollte grad sagen, ich bin bei Prepare runtergelaufen, deswegen bin ich nicht hört. Ja. Man kommt hier rein. Hier drin ist ein Gang voller Lava. Okay. Alter, wer verfolgt uns ganze Zeit? Was seid ihr denn alle? Da hinten ist... Da hat grad jemand geschossen. Oh, da hinten. Fairbanks. Nice. Also, doch Fairbanks. Alter, ich hätt auf ihn schießen. Ich will nur die Waffen testen. Darf ich jetzt wieder reden? Ja. Ja, jetzt darfst du dir reden. Wie viele Traitor gibt's denn immer? Ui. Äh, zwei. Ne, zwei jetzt müssten es geben, oder? Zwei. Oh, Alter, Alter. Da kann auch mal drei sein, glaub ich. Ich hab halt geredet, weil ich dachte, das Spiel ist zu Ende. Nein, das Spiel ist erst zu Ende, wenn beide Traitor oder alle Indos kaputt sind. Ich dachte, es gibt nur einen. Ne, ne, es gibt zwei bei der Anzahl, sonst wäre es ein bisschen zu viel. Was? So, ich springe nach unten, da gibt's die geilsten Waffen. Was passiert, wenn ich jetzt jemand töte? Nichts. Ja, dann wird er wiederbelebt. Wenn du jetzt aber tödest, dann wird er wiederbelebt. Äh, wie war Traitor-Shop nochmal? Du mal vorher? Äh, alte F4. Mit C. Mit C. Mit C? Ja, C, normalerweise. Brauch ich zwar nicht, weil ich... Ich bin übrigens Dete, also ich wär ganz froh, wenn äh, wenn... Äh, seit wann ist denn ne Remington? Ja, genau. Ist ne Remington dich ein Gewehr nochmal? Wow! Wer hat angeschossen? Sorry, Fairbanks. Oh, ich hör schon wieder Laser? Alter, es war schon wieder Fairbanks. Nein, Mann, ich bin zurück ins Spiel gewechselt. Bad, Bad, wieso stehst du rum? Warum, warum, warum? Warum, warum, warum? Warum, 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 warum? Oh, ist das Panik, Alter. Ich wurde grad von... Ich wurde grad von Imre angeschrieben. Äh, Bad. Frag doch Imre. Genau. Alter, woher hat Rob denn die Laser-Knarre? Imre nickt. Also Bad hat... Die ist voll scheiße. Voll scheiße. Ich hab keine Ahnung, wie die ist. Ich hab die auch noch nicht getestet. Ich will immer nur die Striker. Scheiße, wer hat die Striker? Ja. Ich hab ne Striker. Egal. Oh Float, du bist detective. Also ich bin... Float Float straighter. Oh shit. Bevor einer Panik schiebt, ich bin ganz am Rand in diesem... in diesem Turm drin, ja? Ja, ich seh dich und überhaupt hinlust. Danke, Zelda or nothing. Nee, ich lauf nicht hin, ich bin schon da. Und ich will hier meine Ruhe haben. Wer ist hier unten? Qbert. Ach so, das ist grad hier unten gelaufen. Ach du bist hier rum. Ja. Ja, geil, ich hab die Winchester jetzt. Qbert, zähl nach unten. Yeah, Maru W12, geht ab bei dir. Wir zählen beide jeweils auf die Knie des anderen. Okay. Ich hab hier Rob Bubble. Aber so, dass wir noch die Treppen sehen, eventuell. Jetzt guckst du ja von mir weg, jetzt könnte ich hier in den Kopf schießen. Alter, die Maps sind so voll mit Knarren, das ist unfassbar. Das ist krass. Ja, guck mal, du kannst... Du guckst auf meine Treppe und ich guck auf deine Treppe. Euch wer auch. Kann mich bitte... Also... Ich... Frodo? Ja. Ah, bist du Inno? Chung, wir zählen einfach gegen... Zähl auf meine Treppe. Und ich zähl auf deine. Fertig. Okay. Alter, Frodo, bist du Inno? Ja. Frodo, ich würd... Frodo, ich würd... Frodo, ich würd... Gibt's ne Taste, mit der man dauerhaft geduckt ist? Nee, ne? Theo Panik, wer ist das? Äh, ich. Ist Frodo jetzt Inno oder ist Frodo nicht Inno? Ja, ich bin Inno. Was guckst du mich so an? Was guckst du mich so an? Hä? Wuchst du auf, wuchst du auf. Fahre dich so dermaßen haben, nicht Inno. Ey! Schüsse! Fairbanks hat schon wieder geschehen. Okay. Oh, Fairbanks, Alter. Können wir bitte endlich Fairbanks abknallen? Ja! Nein, 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 nein. Ich muss mir irgendwas einfallen lassen mit dem Chat... Upsi! Wow, was ist das für ne Waffe? Alter Schwede! Oh, scheiße, er war Inno. Ja. Ja, Cheung und ich sind jetzt am Duckjumpen hier. Wow, wir sind rumgeballert. Duckjumping, Duckjumping! Theo! Theo schieß, oder? Wow, wir ballert hier rum! Wo ist dein Theo? Da hinten ist nur Bad. Ja, einen Traitor habe ich. War es Theo? Es war Theo, ja. Steht doch oben. Da drüben ist Flo, der ist Detective und Bad rennt ihm hinterher. Also ich vertraue Frodo. Cheung, schieß du mal an mir vorbei? Ja, Bad, ich hätte mich gerade zusammen mit Theo abknallen können, also... Schieß du mal das Fenster an mir kaputt? Entweder er ist sehr geduldig... Das links oder das rechts? Ey, das von mir aus links von mir. Kannst du so'n... Du bist vielleicht... Danke, reicht schon. So. Das ist ich? Ja, du bist... Ja, ich weiß, ich bin ja da auch runtergesprungen. Everybody's hurt, except the people that aren't. Oh, geil. Oh nein, jetzt wurde ich erschossen, als ich gerade im Shop war. Dann bist du ja jetzt tot und darfst nicht mehr... Du bist es auf jeden Fall nicht. Ne, aber dann war es doch Bad, weil der rennt doch die ganze Zeit mit Flo rum. Da unten ist er übrigens. Das ist ne gute Theorie. Leben noch welche? Wollen wir auf ihn schießen, Chum? Ich meine, der kommt jetzt hier raus. Verdeckt... Warte, kümmere dich um deine Treppe. Ja, aber ich bin's nicht. Chum, kümmere dich um deine Treppe. Müssen wir aufpassen. Naja, nicht, dass er uns vom Fenster ausholt. Scheiße, wo ist der? Wo seid ihr überhaupt? Hä? Ich seh die ganze Zeit wieder. Achso, ja, aber du. Ey, Elflin, du bist ja jetzt ein geiler Patient. Wie geht denn das? Ist ja über... Ich seh aus wie Edward Snowden. Ja, oh Gott, da ist... Da ist Bad. Ja, ich leb noch. Ich wirf ne Granate runter. Er ist jetzt hochgekommen. Ich hab gesagt, wir hätten auf ihn schießen sollen, Alter. Oh, what the fuck, Alter. Das war ne Inci-Dinci. Ne Inci-Dinci. Also, Chum, können wir uns drauf einigen, dass wir beide Inno sind? Ja, ich hab grad ne... Wer lebt denn noch? Make me Fafa lebt noch? Und Flo. Yes! Boah, übel. Boah, Alter, wer hat mich denn grad geholt? What the fuck? Alter, wer lasert denn hier so übelst... Hä, wo bin ich denn jetzt? Ich hab diese Laserwaffe genommen, aber ich wusste nicht, dass... Ich dachte, das wär so ein Sniper. So ein Überscharfschützengewehr. Wo bin ich denn jetzt? In Wirklichkeit ne Überlaserknarre. Auch geil. Feier ich gleich hier. Okay, mein Laser. Boah, können wir bitte nicht rumballern? Das ist saulaut. Danke. Rumballern, okay. What? Was ist das denn für ne Knarre? Everybody! Das ist ne One-Hit-AVP, Laserweapon. No One-Hit-AVP, Laserweapon! Okay, sing bitte nie wieder so hoch. Ja. Ich hab ne M60, ich fühl mich so, als wär ich im ersten Mal... Innocent bin ich, denn ich bin Frodo und Frodo ist immer innocent. Es sei denn, er ist ein Traitor, dann natürlich nicht. Sind wir nicht alle innocent? So, Theo? Also, ich bin Detective. Kannst du sprechen? Boah, fuck, hier sind so viele Warpens an. Frodo bist du innocent wie eine chinesische Strafe? Okay, Robin, rennt alleine mit mir hier hinten rum. Hört man nicht. Ich will ich gewöhnen. Also, ich bin hier bei... Etlich vielen Leuten. Ich will diese... Waffen ist mega geil, ich feier die ohne Ende. Ich hab ne Schrottflinte aber... Die ganzen Laserwaffen sind fucking upflogen. Was hast du da für ne Waffe? Die sind fucking... Ja. So ne... Die liegen da hinten rum. Sag mal, was passiert, wenn man in diesem Gang die Fenster kaputt schießt? Nicht erschrecken, bitte. Ich möchte mal... Ich schieße an die Decke und teste eine Laserwaffe. Nicht erschrecken. Nicht erschrecken. Ich schieße an die Wand und zerstöre ein Fenster. Um was zu testen. Wow, Alter, ich hab dich über kurze Zeit auch ziemlich erschrocken. Ich war das mit der Schrotflinte. Ich hab probiert Fenster einzuschießen, die nicht einschießbar waren. Wer ist Traitor? Rick oder Flo? Was? Nein, nein. Bin ich Traitor? Nein, bin ich nicht. Rick oder Flo? Also, Rick ist Traitor? Nein, nein. Rick ist Traitor? Wo ist denn Rick? Wo ist denn Rick, Leute? Rick ist denn Rick da? Ich bin wirklich nicht Traitor. Ich bin wirklich nicht Traitor. Aber wenn euch muss ich jetzt schon töten. Ähm, wie glaub ich Rick? Er hat gerade schon geärgert. Er weiß nicht so was. Er hat heute nicht töten. Los mit zu ruhig. Ganz ehrlich. Los ruhig, genau. Du hast echt nicht Traitor. The Deathsmiles. Ich muss hier auch immer mal auf unsere Dinger hier gucken. Ja, ich guck da auch hin. Ähm, Fairbanks? Wieso bist du hurt? Also, ich stehe hier oben und hab euch alle ein Wieser. Weil alle da runterspringen. Das haben wir doch schon. Stimmt auch. Warum bist du nicht hurt? Ist viel interessanter. Weil ich Johnny Cash bin. Oh, ich bin wirklich nicht hurt. Lol. Hallo? Alle kriegen eigentlich... Alle... Woah! Rob Bubble! Rob Bubble! Ich hab Rob geholt! Weil ich so krass bin. Ich hab ihn. Hier ist er. To me is er. Sag mal... Warte mal, Flo? Ja, ich hab ihn doch gerade bestätigt. Ich bin kein Traitor. Ja. Du hast gerade aus der Distanz auf mich geschossen, Digi. Ja, weil ich dachte... Ich wusste nicht, dass du du bist. Ich hab nur gesehen, dass du jemanden abgeknallt hast. Also dachte ich... Ich hab gerade Robin getötet, der ja hoffentlich Traitor ist. Flo, ist Robin Traitor? Ja, ich dachte auch, dass er... Robin ist Traitor... Hallo? Ich hab ihn doch bestätigt. Ach, stimmt. Warte mal. Soll ich mal zu dir runterkommen? Mehrmal als... Ich komm zu euch. Ich traue nur noch Frodo. Alle anderen sind für mich besser. Ja... Ich hoffe, dass mich einfach keiner holt. Ich bin hier so gut verstanden. Woah! Weg! Was denn? Du bist... Weg! Ich weiß nicht, was es war, aber irgendwas hat mich gerade übelst weggeknallt. Ah, Bad! Ich... Bad schießt aus dem Haus raus. Ja! Ja, ich schieß... Ich schieß auf dich, Bad, Alter. Du schießt doch gerade aus dem Haus auf Flucht. Nein, du bist... Frodo, du bist... Du bist... Für mich proven, aber Flo ist für mich voll gefährlich. Was tut? Ist er völlig bescheuert? Warum schießt du denn, random Mann? Nein, weil... Ich hab... Weil du für mich... Für mich Traitor bist. Du und Qbert. Einer von euch beiden. Aber dann hat... Ich hab... Ich hab Robin gerade... Warte, 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 stopp. Er war kein Traitor. Okay, du warst der Traitor, du Arschloch. Nein, ich bin gar... Du bist der Traitor. Doch, ich hab gerade gesehen, wie du ihn hast schossen hast dann im Turm, Digga. Ja, und? Make me... Make me Hurensohn ist ein Traitor. Nein, nein. Flo, wenn du reingehst, pass auf, ja, ich deck dir von hier oben den Rücken. Der ist da oben in dem Turm drin. Wie kommt man denn in den Scheiß? Oh, Kacke. Der ist halt oben in der obersten Ebene und versteckt sich hinter der Wand, wenn du... Reinguckst, oben rechts. Von da, wo du, glaub ich, grad guckst. Oh, yeah. Für den süßen Kuss gerade. Ich hab nichts gesehen. Scheiße. Flo, bist du tot? Oh, fuck. Nee. Nee? Aber hier ist nirgendwo Fabi. Ricky Dick, bist du tot? Ich bin nicht tot. Okay. Äh, Alter, der ist doch oben in dem... Wo soll er denn sonst hin sein? Der kann doch nicht aus diesem Turm rausgehen. Und ihr könnt ja nicht beide Traitor sein. Und da du grad eben... Das Problem ist, ich seh ihn halt nirgendwo. Flo, du musst hoch, du bist unten. Der kann doch da nicht jetzt einfach hoch, der knallt mich doch sofort ab. Ja, dann musst du ihn irgendwie rauslocken. Kommt er... Er kommt grad runter. Oh, warte, Alter. Guckst du grad aus dem Fenster raus, Flo? Mit ner Flashball? Achso, dann hab ich... Sorry, dann hab ich grad auf dich geschossen. Aber ich krieg die Scheibe... Ich krieg die Scheibe eh nicht kaputt geschossen, dementsprechend. Doch, kann man. Ja, aber warum geht die nicht kaputt, Alter? Wie viele Scharfschützen... Munition ist... Drei Schüsse, egal welche Waffe. Bescheuert. Ja... Hast du noch ne Granate, die du da hochwerfen könntest? Ich hab gar nicht... Joa, Gott! So ne paranoide Drecksau. Ich probiere von hier... Fuck! Yes! Ich hab's gesagt! Ich war nicht Traitor! Ja, aber du hast... Warum hast du denn dann... Warum hast du denn dann Bad erschossen, Alter? Weil ich auf Flo geballert hab. Ja genau! Und warum wollte ich nicht töten? Ja, weil... Weil man nicht einfach Leute tötet! Das mache ich! Nee, nee, nee. Ich hab... Bad hat sich so mega verdächtig gemacht. Ganz ehrlich. Weißt du... Weißt du warum? Weil einfach... Nee, Bad hat sich nicht... Bad hat sich nicht... Ich hab... Doch, ich hab mich schon verdächtig gemacht, Alter. Äh, mich versteckt. Warte mal, was hab ich denn hier für ne Waffe, Alter? Weil ich hab... Ich hab... Je mehr echter den Karma wird, desto weniger Schaden... Achso, ja, stimmt. Ricky, was ist so? Sorry! Während... Während der Blue Pagan-Phase kriegt ihr zwar Schaden, aber wenn die vorbei ist, habt ihr wieder full life. Also springt Feuer! Also in meinen Augen... Genau das haben wir... Habe ich ihm auch schon gesagt... Oh no! Ich schaff's nicht mehr! Ja, scheiße! Yeah! Ah, scheiße! Ah, sorry, Dete! Es tut mir leid! Oh no! Oh no! Ich dachte, wir haben noch Preparing-Phase. Ja, ja! Ich glaub, der Jesse ist Traitor. Was ist denn die Swinner für die Waffe, Alter? Na, na, Qbert, Qbert, Qbert! Ich wollt's nochmal vermutet haben. Das ist doch keine M16, Alter! Hey, was sind denn... Was liegen denn hier für Waffen runter? Ne Winchester, auch schön, will ich aber nicht. Ich will... Die Winchesters. Was ist mal die gleiche M16? Merk wie faffer ist es? Rick ist... Rick ist... Rick ist Traitor. Wo ist er? Er ist hier oben im Spawnraum. Was war das denn für ne Kack-Waffe? Die ist WP! Warum steht da Laser Riffle und ist einfach nur n Haupten Scheiße! Äh... Laser Riffle! Riffle... Ey, Detective, ich bin Detective, bring mir seine Leiche! Din d din k scht d d n Ja, ich lass das shelf ranig! tumbert! Lessi... Riffle... Riffle... Was ist mit mir Flo? Was ist das denn mit Flo! Ich wollte nur festhalten, dass du logelangläufst... Und ich traume mich nicht raus! Wo laufe ich lang? Du warst gerade noch vor mir! Ja, ich bin im Starkraum! Hast du Schaden gecheckt? Jaa.... Ich hab einen... los, los, los. Was ist wow? Wer war das? Ich hab Ge 04. Ich hab Fairbanks gekriegt! Ganz im Ernst, Rob, was war das? Ich hab mich erschrocken. Warum hast du das getan, weil du dich erschrocken? Frodo ist so krass. Frodo, you found a traitor, you shot a drink. Hä? Nein, man. Das war so eine Laserknarre. Aber viel geiler war ja wirklich, dass ich dachte, ich war 100% sicher, dass du Krater bist. Was? Warum greifst du mich an? Wo geht's nochmal runter? Warum nicht? Hä, wo geht's jetzt hier schon wieder runter? Hier, bei mir. Ach, da, alles klar. Ja, ich will auch runter. Ja, springt mal hier in 14 Sekunden, sonst kann ich dir wieder leben. Kommt schon, Leute. Was ist ein Akkupuls? Ich möchte mal ganz kurz eine Waffe ausprobieren. Akkupuls, warte, stopp, die hat kein Ziel, Fernrohr. Wow. Oh, gehört hier auf, Flo, das ist sehr böse, was du da machst. Okay, ihr kriegt Fallscharten. Tut mir leid. Oh, ich bin direkt. Digi, 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 digi. Oh, Qbert ist hier. Oh, Qbert ist hier. Ich behaupte mal einfach, äh, ich bin unschönig. Alles voll am geiler Tatschern hier. Wick ist kein Traitor. Hä, gibst du dir diese... Ja, ich bin auch kein Traitor. Ich bin hier oben noch alleine mit Fairbanks, ja, nur zur Indow. Falls ich gleich tot bin, war's Fairbanks. Wenn du hier irgendwo alleine hingehen willst, dann schieße ich dich, Bad. Nein. Ey, ich bin doch dabei. Ey, ich bin doch dabei. Ey, ich versteck mich. Äh, ich mein, ich versteck mich nicht. Ey, ich glaube, es ist Theopatik und Bad. Ich glaube, es ist Theopatik und Bad. Ich glaube, es ist Theopatik und Bad. Alter. Qbert ist... Oh, 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 oh! Leute! Warte. Leute, ich hab ne Theorie. Qbert ist es. Warum? Weil ich grad über seinem Kopf... Warte. Weil ich grad über Qbert's Kopf... Mäh, 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 mäh. Genau das! Weil er grad ingame gesprochen hat und bei der Traitor-Belegung ist die ingame Sprachsteuerung auf irgendeinem Knopf... Wie mach ich denn, mach ich fast Tricks. Dies ingame Sprachsteuerung... Ganz ehrlich? Ich vertraue Logan ein Stück. Ich vertraue Logan ein Stück. Ey, Bad! Wenn du Traitor bist, ist die ingame Sprachsteuerung irgendwo anders. Und ich drück dir immer ganz oft aus Versehen. Also es ist eventuell Qbert. Ich wollte's nur gesagt haben. Okay, okay, wir behalten ihn im Auge. Ich verfolge gerade den Qbert. Ja, bei mir passiert das nämlich ganz oft, dass ich Traitor bin und auf die Taste drücke und denke, fuck jetzt hast du ingame Sprachsteuerung. Alter, kannst du jetzt mal auch wenn ich an dir davon leben? Verfolge dich jetzt. Sorry, ich versuch dich. Was hat ich denn? Qbert, weg! Kann jemand hier auf Panic erschienen? Riggs! Riggs wird richtig paranoid. Nur weil du technisch wirst keine ausdrehte Menschen zu verbringen, okay? Ich bin unterwegs mit drei Traitors. Also ich weiß nicht genau, was ich hier gerade von Flo halten soll. Oh, ich höre Laser. Das war Flo gerade. Ohrgeil, ist das ein Lichtschwert? Ich möchte den Antrag stellen. Oh fuck, was ist das? Oh fuck, er muss immer das Lichtschwert benutzen. Das ist die beste Waffe ever. Ey, ich seh nix mehr. Oh Gott, ich hab nicht gewusst, dass das geht. Ich kann Mindtricks machen. Ich kann Leute mit der Force wegwerfen. Wow, shit! Wow, was liegt hier ab? What the fuck? Wig, 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 wig. Macht das Licht aus, dann sehen die uns nicht. Kommt nichts von uns. Alter, ich versteck mich einfach in der Ecke so. Fickt euch so hart, ey. Ich seh, ihr war n Scheiß. I'm just staying in the night. Wo ist doch mal das Licht bei der... F? Wig, kommst du? Ich weiß nicht, wo ich bin. Alter, es steht bestimmt gleich einer vor mir. Wo bist du? Alter, was sind denn das für Geräusche? Okay, Flo ist tot, übrigens. Ah, hier bist du, Wig. Was ist das für blaues Licht? Fuck you! Ey! Was? What the fuck? Wer ist dieser? Ah, Tötet, komm! Hilfe! Was ist das? Alter, ich seh... Wig, sterben alle! Wig, sterben alle! Wig, sterben alle! Komm mit! Niemand tötet einfach menschlich. Oh, weine! Vielen Dank! Da ist schon wieder ein Toter! Wig, jeder der ins Haus reinkommt, töten wir! Mach die Tür zu dir zu, mit E! Tessie? Also, Bad? Ja, aber ich vertraue dir nicht! Äh, ich bin ill und musste mir nicht glauben, aber ich weiß, wo ihr reingerannt seid. Ich pass hier auf! Ja, ja, und ich seh ja, ich seh ja, ich hab einen relativ guten Überblick. Hä? Ich seh zum Beispiel... Hubert? Hier ist ein unendlich verzeiht Buddy, ne? Pass du mal hier auf den Gast auf. Pass auf die Tür auf, ok? Nein, nein! Hubert, das ist es! Nein, ich hab keine Wuny! Ich sterbe! Oh, Meliona schießt aber auch! Wig, geh mal einen Schritt nach vorne, sonst kann man dich von der Tür aus abziehen. Abballern! Ist Meliona jetzt tot? Nein! Ich Idiot! Ah, Licht ist wieder an, ok. Fuck! Also, Rick ist für mich proven, der hat mich nicht abballert. Ja, ich hab... Shit! Wow, Frodo ist da, Frodo! Ja, ja, ich bin das! Ich bin immer noch... Warte mal, ist Meliona jetzt tot oder nicht? Auf die hab ich geschossen. Also, Meliona ist auch ein Traitor! Echt jetzt? Jesse? Ja, die hat... Und Kubert steht... Immer in... Ey! Frodo, du kannst ihren Namen mittlerweile... Wow! Du bist doch ein Traitor, Chung! Ich geh jetzt hier raus! Hahaha! Ich hab beide Traitor geholt! Leute, Leute, ich hab's doch so lang geschrien, dass es Kubert ist! Haha, Frodo ist scheiße! Ja, ja, deswegen... Ey, du! Kubert hab ich ja auch getötet! Aber wer war denn der zweite Traitor? Ich! Gut! Ja, dann hab ich ja alles... Ja, die hab ich sogar angeschossen! Ja, ja, die hab ich aber, äh... Als sie Licht anhatte... Und als einer meinte, Kubert schießt auf mich... Wann ist denn... Ja, heute wollen wir ja nicht! Die Map geht mir irgendwie langsam so ein bisschen auf die Eier... Ja, gibt mir auch mal eine andere Mache! Ist echt riesig! Auf die Eiii, Eiii! Ist die Mehrzeit von Eier Eiii! Kannst du mal... Eiii! Einfach, äh... Aber Frodo, ich find's gut, dass du zugehört hast. Bei was? Achso, ja, das hab ich eh. Aber ich musste dann erstmal... Achso, ganz kurz! Darf ich mal ganz kurz sagen, dass ich recht hatte? Und dass Chung wirklich der Traitor war, weil er ausfall... Ist es dir so passiert, Chung? Sei mal ehrlich. Das dürfen wir uns jetzt wieder den ganzen Abend anhören. Nee, aber daran kannst du, wenn du siehst... Kommt uns einmal recht. Jetzt hat er wieder Gründe für 10 Random-Kills. Aber wisst ihr noch, damals hatte ich recht. Random-Kids! Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du! Äh, sagst du, dass ich noch ein bisschen mehr gegen... Nein! Nee, bei mir lädt's noch. Ja, bei mir lädt's auch noch. Ja, bei mir lädt's auch noch nicht. Ja, der Server ist übelst am Level-Changing. Ja, bei der Detektiv ist immer das Laserschwert. Ach, der Detektiv hat es immer. Okay, das ist mir schon mal so... Ja, der Detektiv kann es haben. Ja, der Detektiv kann es haben. Ja, das ist easy. Kann er in der Gegend rumschmeißen. Er macht ziehen. Aber Jesse... Und er kann... Muss einen Schokolade essen. Du brichst dauernd ab, Robin. Äh, Max, dann mach mal. Lass erstmal Robin aussprechen. Sorry. Wow, okay. Ich bin sowieso ein bisschen unruhig grad im Sprach-Chat. Nein! Oh, keine Minecraft-Med mehr. Alter, die Akku-Puls. Ich muss mal kurz Fairbanks töten, testweise. Wow! Hä, kann man... Kann die dich nicht verletzen, Alter? Achso, du kannst mir nicht wehtun. Wir sind noch in der Preparing-Phase. Ja, aber da kann man doch auch Schaden austeilen, oder? Nein, kannst du nicht. Ähm... Nee? Nein. Oh, scheiße, jetzt noch ein Bratschen-Freak. Ähm... Ja, bitte. Kein Thema. Aber der Name Bratschen-Freak ist super. Ja, also... Oh nein, was ist hier los? Alter, haut doch mal alle ab! Äh, ganz kurz, kurze Frage. Meine D-Taste ist eingeklemmt irgendwie. Also, ich lauf die ganze Zeit nach rechts, ohne was zu machen. Guck mal, der Vogel. Oh, okay, hat sich erledigt. Das ist stopp und kaputt, Mann. Geht wieder. Hör mal, der Vogel geht nicht kaputt. So, geht's jetzt eigentlich los? Oh, jetzt leck das. Ja, es geht los. Inno! Okay, Inno. Inno, Inno, Inno. Ich glaube, Jessie ist es. Juhu! Ey, kannst du mal bitte aufhören? Ich bin Spider-Man! Irgendwann hab ich recht damit. Ich bin Spider-Man! Wie machst du das? Das ist D-T-Boom. Alter, ich bin Spider-Man! Alter! Alter, was geht denn hier ab? Hier ist überall Musik und... What the fuck? What the fuck? Ich bin Spider-Man! Boah, ich hör die ganze Zeit irgendwelche komischen Sachen. Hey, Wobble! Hey, Wobble! Ich bin Spider-Man! Ich bin Spider-Man! Ich bin Spider-Man! Kann das sein, dass... Jetzt nochmal... Ich bin fest vorhin. Warum hat denn Melioda nicht mal ne Knarre in der Hand? Weil... Keine Ahnung. Ich faul bin. Was ist los, Qubit? Das ist unendlich. Ich will irgendwie nicht alleine rumlaufen. Woah, Rock Bubble! Das ist voll los. Wer ist denn hier? Robin ist hier, Jessie ist hier und ich sag mal einfach Flo ist kein Traitor. Wo seid ihr denn? Flo, die sind rumgerandet. Wir hättet uns schon mal schießen können. Sie sind kein Traitor. Woah, Alter. Ich bin kein Traitor. Okay, Spider-Man geht weiter. Ist das geil! Juhu! Alter, wie gut ist denn das Ding denn? Boah, ich hab ne Magnum, Alter. Wie geil. Ja, du hast ne Magnum, ich hab was viel geiles. Ich hab, äh, ich hab nen Remington. Ich hab den Fall auf. Hotgun. Geil, geil. Kauf dir bitte noch was nicht. Ich geh euch ja wieder raus. Hey, Ricky, Dicky, ich hab dich gefunden. Oh, jetzt bist du wieder weg. Ey, Flo! Ah, ey. Ich muss ja hier rüberkommen. Alter, was ist das denn für ne Map? Die hat nen riesen Untergrund. Guck, guck. Ich versuche eigentlich den Traitor. Das ist deine Aufgabe. Also Flo ist hundertprozentig proven und Jessie... Ach! Ach so, du bist hier. Alter, du bist hier schon wieder los. Ich bin so übelst verwirrt. Spider-Man ist mal bei euch unten angekommen. Ich hab mich verlaufen. Und jemand ist gestorben, oder? Hier gezogen, oder? Wo zur Hölle seid ihr überhaupt? Ich seh die Gasse seit niemanden. Niemanden. Ich lauf hier alleine durch die Gegend. Bad, wo bist du? Wo ist die Gasse und wo ist die Leiche? Hallo. Welche Gasse und Leiche, man? Äh, wo liegt die Leiche? Hier. Äh, hier bin ich. Alter, was ist das denn für ein geiler Move, Robin? Ne, das ist ja gar nicht Robin, oder? Wer ist denn Date und ist am übelst am Spider-Man grad? Äh, na, Bad. Wer hat geschossen? Äh, Wick wird als Mörder angezeigt. Wick ist Mörder. Okay. Na dann holen wir uns hier jetzt. Ich komm hier nicht rüber. Wer ist denn da und hilft? Kann mir nicht? Flo, hilf mir mal hier rüber. Ich komm hier nicht rüber. Wie soll ich dir denn da rüber helfen? Keine Ahnung, Mann. Frodo, 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 Frodo. Warte. Halt dich an mir feste. Geht das? Genau. Nö. Häng dich Kopf rum und küss ihn. Hier ist Make Me Fuffer. Ah! Häng dich bescheuert? Der kann doch nicht... Wo ist er denn? Hier ist irgendwo ein Traktor. Hier ist irgendwo ein Traktor? Oh, Scheiße. Wo ist denn Make Me Fuffer jetzt schon wieder? Was zum... Nein! Yes! Sorry, ey. Sorry, Ricky, dass ich dich erschossen hab, aber ich musste einfach einmal drüber ziehen, damit ich alle erwische. Wieso? Ja, weil, weil einer vor dir stand. Du hast mich ersch... Ja, na ja. Ich hab dann einfach alles, alles weggerotzt, was da stand. Wir haben gewonnen. Können wir bitte mal kurz realisieren, dass schon gerade diesen Lastwagen Traktor genannt wird? Ja. Cupid, du hast uns echt verwirrt. Aber ich war Spider-Man. Ich dachte, ja, ist okay. Ey, was ist das für eine Rolle? Geil, das heißt die Map Homegrown. Alter, was hab ich denn für ein... für ein komisches Rifle hier? Spider-Bett! Laser-Rifle. Ist das Laser-Rifle gut? Ja, Mann, das kann One-Hitmen, wenn du triffst. Wenn du triffst. Oh, Scheiße. Da haben wir ja schon wieder mein übliches Problem. Ja, nimm lieber irgendeine Auf. Es ist geil, dass oben in dem Haus läuft so Raga-Music. Raga-Music. In welchem Haus? In dem A. In dem A. Fast hier? Und dick. Ah, bei mir ist Make-Me-Faffa. Oh, Fluff ist hier. Ich bin einfach keine Waffe. Wäre lustig, wenn wir nochmal Traitor wären. Also ich finds nicht. Ich weiß ja nicht, wie's bei dir aussehen. Ich find ich auch nicht. Also Ricky soll da... Kübert hat so ein kleines Problem. Ey, Fluff zieh mal bitte nicht auf mich, okay? Sorry, dass ich dich getötet hab, ne, Ricky? Ja, der ist nicht schlimm. Hier, bei mir ist Rick. Ah, hier kommt noch Make-Me-Faffa, das ist mir ein bisschen zu viel. Rick ist mir, finde ich, zu fettig. Ich finde ihn übrigens innocent. Rick trau ich auch nicht. Ah, Jessie auch nicht. Ich bin aber unschuldig. Ihr seid bei euch und bleib'n. Oh, das ist mir der Leiter rumlaufen. Danke, Pale-Dry. Genau, danke Pale-Dry. Hashtag Noodle an die Macht. Würdest du da nur Noodle sagen? Oder meinst du den Worten zu sagen? Oh, kann man irgendwer irgendwen töten? Das ist echt ganz schön anstrengend an allerreden. Flo, bist du innocent? Ja, aber ich weiß nicht, ob ich mit dir umlaufen will. Das ist mein Problem, was ich auch ein bisschen hab. Trau dir jetzt, ob du mir traust, ist mir scheißegal. Das ist Flo, der schießt doch durch Sachen weg, ich hab mir zugehobt dabei. Also ich beobachte Flo und beschütze ihn. Und Make-Me-Faffa auch. Der war halt einfach ein Traitor, man. Ich bin halt übelst am Versteck, Bean. Alter. Masonry. Alter. Ich bin hier oben mit Make-Me-Faffa und Bad. Ich hab so ein kleines Problem damit, wenn ich ehrlich bin. Ja, also ich bin hier drin. Woah. 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 What the fuck? Bad schießt auf mich. Cupid! Nein! Ich bin hier oben. Was zur Hölle ist hier gerade los? Alter, Cupid ist auf mich. Cupid lügt. Ich bin mit Flo zusammen. Es ist Cupid, Alter. Es ist Cupid. Echt? Warte kurz. Alter, diese Laser Rifle ist ja der... Okay, Cupid ist Traitor. Flo, komm, gehen wir Cupid jagen. Ich würde mitjagen. Wo seid ihr? Ich trau mich nicht alleine. Gehen wir den irgendwo hier? Ah, ich hab den Detective getötet. Sorry. Oh nein. Er war Detective. Woah. Hier ist MakeMeFuffa. Er hat Detective getötet. Ja. Warte mal kurz. Willst du mich verarschen? Ey, Wig war ein Trainer. Leute, nicht erschrecken. Ich steh auf der anderen Seite, ja? Ey, Wig war ein Trainer. Ich bin ein Trainer. Ich bin einer Set. Ich bin unschuldig. Ich mach selbst Mod. Warum hast du denn... Woah! Hä? Wer war's denn jetzt? Ich weiß es nicht. Wig war's. Ich bin ja... Sorry Flo, das war's richtig nicht. Ich weiß es nicht. Ich hab's nicht mehr gemacht. Ich hab's nicht mehr gemacht. Ich hab's nicht mehr gemacht. Wie dumm das gerade war! Warte, hör's mal mit. Warum hab ich auf Flo geballert? Zuri Flo, ich dachte... Das war so ein Reflex. Das war so ein Reflex. Du ballerst auf wen. Du warst inne, oder? Und daraufhin hab ich... Ihn zerschossen. Und er hat mich getötet. Doch, wir sind in dem Haus, wo die lustige Rugger-Music läuft. Na, Auge. Hallo, hallo. Ja, wir hören dich. Ich bin auf. Okay, eben hat sich das Spiel aufgehangen. Und irgendwie... Oh, hier gibt's... Hier sind Bananen. Kann man die als Waffe benutzen? Oh, yeah. Cool, ey. Wie geil ist das? Sehr gerne. Wie willkommen bei uns nie Blizzard-Games vor? Kommt euch eigentlich nie Blizzard-Games vor? Irgendwas mit Blizzard-Games. Zufall. Hearthstone bei Robin. Stimmt, Hearthstone bei Robin. Hearthstone bei Robin auch immer Hearthstone gespielt im Stream. Echt? Hast du Hearthstone gezockt? Also, ich bin Eno. Ich bin Eno. Ich bin Eno. Ja, ich hab Hearthstone gezockt und die geilste Erstellung ever gebracht. Ich hatte keine Karten mehr und dachte man hat dann automatisch verloren. Dann hab ich aufgegeben. Rücksicht. Bad, wo bist du schon wieder? Ich bin auf dem Dach. Kannst du bitte bei mir bleiben? Ich hab irgendwie Angst, Alter. Du warst doch grad noch bei mir. Auf geht das Laserschwert sofort. Ich bin hier nicht mehr raus. Oh, hier ist jemand bei mir. Wo bist du? Wer ist denn da? Im Haus unten. Ich hab keine Waffe. Jetzt bleib doch mal stehen. Wer auch immer unten in der Kanalisation ist. Okay. Hallo. Hallo. Hier ist Frodo. Ja, hier sind noch Robin und... Ich bin hier mit Qbert. Und make me Fafa. Ich traue Qbert nicht. Alter, ich hab die ganze Zeit auf seinen Kopf gezielt. Wow, Fafa zieht... Ich schwebe von hier oben. Keiner nicht. Ich bin's nicht. Ich... Nee, Fafa ist ja Dete, das ist ja klar. Was ist denn das eigentlich für eine Waffe? Die Leute gucken viel zu oft auf mich. Auf Angst. Ich bin's strass. Ich bleib bei Rikki Dikki. Weil der hat mich grad eben schon... Oh, da schießt jemand. Wer schießt der da? Alter, ich hab den Headshot. Oh, endlich hab ich ne Waffe. Bad is it. Bad is it? Bad ist schon tot hier im Gefühl. Kannst du ihn tun? Jagd auf Bad. Mit etwas Glück bin ich jetzt gleich auch auf dem Server. Jagd auf Bad. Wow, was war denn das? Da ist jemand mega laut. War vielleicht bei mir. Ich bin so geboren worden. Der läuft grad immer im Hintergrund rum. Kann sein, dass er erst mal... Hm. Soll ich mich mal leiser machen? Ja, mach dich ein bisschen besser. Nicht laut. Fairbanks ist Trigger. Hi. Ja, steht auch bei mir. Detektiv ist mal bei dir. Ich hab den... Hä, wo bist du Chung, dass du Fairbanks siehst? Weil der steht neben mir. Aber du bist ja noch hier... Fairbanks ist da drüben auf dem... Nicht erschrecken, ich erschieß jetzt mal den Vogel hier. Wo ist denn Bad jetzt eigentlich? Interessiert ihn irgendwie nicht. Jemand hat geschossen. Wer ist das? Ja, ich war das. Ich hab auf den Vogel gestossen. Make me fuff, man tötet random Leute. Was ist hier los? Was? Make me fuff, man hat gerade jemand getötet hier. Ey. Oh, ich hätte mich auch entschuldigt. Ey, ich denke mal... 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 Na, so ne Scheiße. Meine Lautstärke ist in Ordnung. Du hast mir Angst gemacht, Robin. Hast du schon wieder irgendwen getötet oder was? Ja. Ich hab Bad confirmed. Ich bin hier nicht... Wer ist denn jetzt... Wer ist denn jetzt tot? Also gut, ne blöde Frage. Wer ist denn jetzt tot ist ne blöde Frage. Ich bin in dem Haus und ich komm nicht mehr raus. Frodo ist es. Ich hab mich übelst verlaufen. Hä? Frodo ist es. Ne, ich bin nur runtergefallen, aber ich komm nicht mehr raus aus dem Haus. Ich bin im Haus gestürzt. Ne, ich bin's nicht. Scheißegal, aber es ist Frodo gewesen. Es ist Frodo. Hä, ist Rick nicht Dete? Ja. Hä? Eure fiesen Anschuldigungen, ja, als ob ihr mich beleidigen würdet. Ich lass sie einfach an mir abprallen. Ha, Spiegel. Jetzt seid ihr's. Alles, was ihr zu mir sagt, seid ihr selber. Ich hab mich wieder mal verlaufen. Ich hab mich auch verlaufen. Ey. Ey. Wig, kauf dir das, äh, das Whackle Hook. Dann kannst du Spider-Man spielen. Alter, what the fuck? Wer schieß denn auf mich? Boah. Deine Mama schießt auf mich. Who's your daddy? Ey, ich bin so froh, dass du dir so verkackt hast, Robin zu erschießen. Ja. Ich hab ihn... Ey, aber du... Bad, ne? Du hättest gar nichts sagen müssen mit dem Headshot. Weil, dass er bad sagt, hat eventuell nicht jeder gehört, weil es sehr laut war in dem Moment. Ja, ich weiß. Trotzdem. Du hast dich dann zusätzlich... Ich muss an dieser Stelle kurz erwähnen, ich finde, wir haben zu wenig Waffen. Ja. Echt jetzt? Kann ich bitte kurz erwähnen, dass ich, dass ich den Traitor erschossen habe, vom Detective getötet wurde. Echt? Nachdem er die ganze Zeit neben mir dabei war. Ach, warte, stopp. Du hast Bad getötet? Ich hab Bad getötet. Ach, scheiße. Das hab ich gar nicht mitbekommen, weil dann hätt ich dich ja auch gleich holen können. Das hab ich auch gar nicht. Das hab ich gar nicht mitbekommen. Ja, ich dachte, du hast ihn gekriegt. Im Sinne von, du hast den Headshot gegeben und erst... Er hat mich gekillt, deswegen hat mich das geärgert. Ich hab ihm ein Headshot gegeben und sein Kopf besteht aus Stahl. Ich bin Inno. Inno. Hallo. Inno. Ja, das ist gleich vorbei. Oh, bin hinter dir. Vielleicht krieg ich jetzt dieses Lichtschwert. Oh, mein Karma ist echt schlecht. Ach, da. Woher wohl, Mann? Ja, Wick, dein Karma ist so... Wo sieht man deinen Karma? Geil. Alter, wir haben alle so ungefähr den Pink of Boom. Mach ich jetzt was? Wieso hab ich eigentlich so wenig Punkte? Wenn dein Karma noch mehr sinkt, wirst du gebannt vom Server automatisch. Ein schlechter Spieler. Oh. Ich hab doch... Was hat das denn? Qbert ist bei mir. Äh, hier ist grad jemand gestorben. Ja, das war ich. Ich hab Rick aus dem vom Gebäude Katapult. Echt jetzt? Ja. Ich bin hier übrigens mit Fairbanks. Ich bin mit Melioda. Vorsicht, ich komm zu dir hoch. Ich glaube, Chung ist Traitor. Der hat auf mich geschossen. Du hast doch grad auf mich geschossen, Alter. Ich hab doch deine Remington grad schießen hören, Alter. Ich erkenne doch eine Remington. Alter, du bist gestorben dabei. Hast du den Schrei nicht gehört? Rick war innocent. Alter, unser DT killed Innocence. Jungs, wo seid ihr? Ey, das war letzte Runde bei Rick auch so. Der hat auch zwei Innocence getötet. Aber ist das Rick? Der ist Rick. Ja. Ja, ich hab mich nur revanchiert. Ja, also bitte. Jungs, wo seid ihr? Ach, Chung, hier ist Chung. Okay, hallo. Melioda. Hey, oh. Was denn? Was denn? Was denn? Was denn, Frodo? Ich chill bei dir rum. Ich hab Angst vor Fehl...äh, vor... Mach doch. Mann, wir machen doch. Soll ich dich auch mal vom Gebäude kicken? Nein, bitte nicht. Aber Vorsicht, hier ist Robin. Hier sind alle, hier sind drei Leute oben. Qbert, Robin und ich bleib mal hier hinten an der Kiste stehen. Ich bin hier. Ich bin hier. Und Jessie. Ja, aber du bist ja... Guck mal, guck mal, Frodo. Guck mal, da hinten. Bett. Hinter der Kiste, Alter. Lass mich in Ruhe. Einen Scheiß guck ich weg, Alter. Ey, Flo, lebst du noch? Das Laserschwert, Mann. LeFlo? Ja, das ist geil, Alter. Ich hab da direkt damit getötet. Alles, Stopp. Ah, Fairbanks ist es! Ah, Fairbanks! Was? Fairbanks! Was? Was? Oh, fuck! Alter, wer hat mich... Ah! Ich hab drüber geschafft! Pass auf! Pass auf! Wo ist's? Links, 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 links. Okay, wir geben dir eine Chance. Bad. Wir wandeln wir jetzt, oder was? Also entweder du stellst dich und wir geben dir eine Chance. Ah, nein! Oder du stirbst. Was sagst du dazu? Warte mal kurz. Und alle anderen tot? Kann ich nicht irgendwie auf Amnesty oder so? Ja, kannst du. Ähm. Okay, wir können nicht... Wir machen nicht unseren... Warte mal! Halt mal still! Okay. Ähm... Das klappt nicht so ganz, oder? Nee, komm mal raus und ähm... Komm, wir machen ein ehrliches Duell unten auf der Straße. Jaja, was? Was? Wir machen es ganz ehrlich wie man da unten auf der Straße, du kommst runter, ich komm runter und dann regeln wir das hier. Ok, machen wir! Man, da schieß ich doch einfach badly, seid doch nur noch ihr beide da! Ganz ehrlich, man hat ja noch drei lebens Lösen. Kannts sagen Fairbanks ist doch fast tot! Ohohohohoho, war das ein geiler Schuss! Das sah gerade so gut aus! Ey, nicer, nicer Schock! Wir gehen nach der Straße tot! Wer war denn dann der andere Traitor? Ich hatte so eine richtig schöne Perspektive. Ja, Fairbanks, Mann. Ich sag extra noch, ich bin hier mit Fairbanks. Aber warte mal, stopp. Von da war ich still. Wenn Fairbanks auch ein Traitor ist. Oh, schönes Ding. Was ist diese Waffe? Schönes Ding. Ach, so rum. Ja, das ist ein Laser Rifle. Aber das ist auch nur ein One-Bitter, wenn du Headshot bist. Das Ding hat aber auch übelst Munitionsverbrauch. Ja, zwei Schuss pro Schuss, ne? Ja, ja. Oh, scheiße, da hätte ich ja nur reinsäbeln müssen, weil ich hatte nämlich Rob und Fairbanks vor mir und hab halt auf Fairbanks gezählt, die Blöde. Boah, Alter. Ich bin grad im Keller mit Handpflanzen. Ja, deswegen heißt die Karte Homegrown. Was zur Hölle ist denn die Annihilator? Ey, Fairbanks, ganz ehrlich, ich hätte mich auch so... Die ist geil, die hat Damage Overtime. Die zündet deinen Gegner an. Ach so, weil hier ist aber auch noch... Ne, hier ist das normale Rifle. Ne, dann lieber das... Vector. Wow, die Vector ist geil, Mann. Die Vector haut so rein. So, ich bin Dete, ich bin Dete, 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 Dete. Ich bin Inno übrigens, das ist diese kleine... Genau, genau, genau. Diese kleine, dreckige SMG, ne? Ja, die ist Hammer, eigentlich. Fairbanks, 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 Fairbanks ist es. Fairbanks ist es, Fairbanks. Fairbanks ist Traitor. Ah, die sind Fairbanks. Da bin ich da beide zusammen. Fairbanks ist Traitor. Fairbanks ist Traitor. Da, Fairbanks ist Traitor. Ey, wie geht denn der... Bei mir ist LeFloid. Bitte geh weg. Bitte gehen Sie weg. Bitte gehen Sie weg. Und ziehen Sie nicht auf mich. Bitte ziehen Sie nicht auf mich. Ich weiß nicht, aber ich bin Dete, ich muss nicht auf dich zielen. Ja, aber du zielst auf mich. Weil du eventuell Traitor bist, du Vogel. Ich verstecke mich hier. Und wenn du dich verstecken willst, dann kannst du hier in die Ecke gehen. Wow. Jemand hat geschossen und es war in meiner Nähe. Trigger, Happy, Fairbanks, warst du das? Oh, ich höre schon wieder. Schnellfeuer war da gerade. Schnellfeuer? Sagt man ja wahrscheinlich. Ich habe wirklich gerade mega lag irgendwie. Hier ist Meliola und Make-Me-Faffa. Robin eventuell? Robin, du guckst ja, du guckst bitte gerade aus, weil ich bin Dete und stehe hinter dir. Okay. Auf jeden Fall ist Bat tot. Und ich glaube, dass es Rick war. Rick ist eingefroren. Ja, ich bin eingefroren. Also, könnte mich töten, könnte mich nicht töten. Ich glaube, dass es Rick war. Hört ihr die noch? Wo ist er denn? Oder Q-Bird, wenn er so drauf besteht. Der ist der Anzi, der tot ist. Aber was, ich höre Schüsse? Du hast, hast du nicht gerade geschossen, Alter? Nein. Nein, ich höre das. Ich glaube, er versucht. Er versucht, mit uns zu kommunizieren zu töten. Er versucht, zu kommunizieren zu töten. Ich weiß nicht, ob es Foto ist oder nicht. Es sind Bounce-Zeichen. Du bist noch am Leben. Du lebst bei uns noch. Kurz, lang, kurz, kurz, lang. Bei Flo hängt die Waffe hinter dir. Okay. Ja, ja, das liegt an einem Modell. Bei mir ist das Spiel abgestürzt. Dann kann man mit jemandem den Fake-Muffer töten, den Make-Me-Muffin-Fuffin. Ich werde das Spiel jetzt abbrechen. Okay. Ja, und dann neu starten, logischerweise. Ich sehe manchmal Leute durch die Wand. Wow. Super. Wer schießt da? Wer schießt da? Ich weiß ich nicht. Immer noch Rick, glaube ich. Jetzt ist Rick, jetzt ist Rick. Ich denke halt die ganze Zeit, dass es Robin ist, aber der schießt ja nicht. Also, dass jetzt gerade eben das Abgestürzte war kein Bay. Weiß ich doch nicht. Ich bin hier. Was ist denn der Grapple-Hook? Was ist denn der Grapple-Hook? Leute, welcher im Shop ist denn der Grapple-Hook? Der steht dran. Warte. Der ist auch wie so eine Armbrust. Ach, das. Und wie benutzt man den? Einfach zielen und dann schießen. Er hat schon wieder geschossen. 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 Ich bin hier übrigens mit Jesse, ich bin hier mit Jesse, ich bin hier mit Jesse, ich bin hier mit Jesse. Ich bin hier mit Jesse. Melioda ist da oben. Ja, da oben sind beide, ja. Ich will mich beobachten von euch, dass es so wie ganz wird. Es kann nicht sein, ich war die ganze Zeit mit dem Foto hier oben, oder? Rob war die ganze Zeit mit mir unterwegs und hat aber nicht einmal auf irgendwas geschossen. Was hat das mit dem zusammen zu tun? Er hat mich töten können. Es ist Fairbanks, es ist Fairbanks, er hat Bad getötet. Ich bin's nicht, hä hä hä, ich stehe hier die ganze Zeit, Mann. Ja, aber der liegt da schon lange, der liegt... So, jetzt ist irgendwer tot, irgendwer ist gestorben, er ist gestorben. Nein, der war's nicht, okay, ich war doch. Achso, Chunga hat gerade auf der Weg geschossen. Ich glaube, dass es Melioda würde niemals einen Unschuldigen erschießen, oder? Ich muss mal kurz in die gucken, hier habe ich so viel aus in meiner Wohnung. Was, da ist jemand in der Wohnung? Ja, die hat gerade, die hat gerade Fairbanks erschossen. Ja, aber irgendwie hat gesagt, er der Bärsten und hab ich's versucht. Okay, dann töte ich jetzt Melioda, wenn ich... Yes, sorry Chunga, ich dachte, ich hätte eher reagieren sollen. Ihr hattet aber die Runde echt Glück, weil ich war Traitor, aber mein Passwort abgestimmt. Ja, ich dachte, ich wusste aber, dass du Traitor bist, weil ähm... Alter, Band da bei dir tot rumlag. Oh, ich hätte die wahrscheinlich auch abgeknallt. Ich muss noch schnell Robin erschießen. Ja, das war ein bisschen doof, dass Pickett tot war, so alleine. Jetzt habe ich schon wieder eine Thriller, aber ich will keine Thriller. Ich will keine Thriller. Thriller ist ein Kack, wofür die überhaupt nichts kann. Scheiß auf die Thriller. Was, Smash-Brollte? Ja, geilo Smash-Brollte. Smash-Broll. Ich will keine Thriller. Ich will keine Thriller. Ich will keine Thriller. Ey, bei mir Flo, hast du irgendwelche Dinger, die ich nicht habe? Warte, ich bin wieder da. So, ich bin wieder da. Äh, hast du... Gerade eben kam ein... Oh, ich bin der Spider-Man. Kam bei dir tatsächlich nicht, aber gut, solange wie es bei dir kommt, ist ja alles gut. Flo, bist du... Inno? Ich bin Inno und hab ne Striker, ich führe Schüsse. Spider-Man. Was? Hier oben, hier schießt jemand. Da, Q-Bert hat geschossen. Q-Bert hat nur ein Fenster kaputt. Auff-Slasher ist bei mir? Okay, ich schieße Q-Bert, wenn ich ihn sehe. Make me Fafa. Die sind über uns. Die weg Fenster. Die sind über uns. Was? Ich baller grad Fenster weg. Was zur Hölle hat Q-Bert gerade getan? Ey, wenn ich Traitor wäre, ihr wärt alle so tot mit meiner Striker. Ich hätte einfach... Ihr standet alle in einer Reihe in einem engen Gang. Aber hinter dir steht auch jemand, das weißt du. Danke, Q-Bert. Echt? Hinter mir? Ne. Doch. Die hat jemand gestorben. Es sind so viele Leute. Q-Bert ist nett. Q-Bert hat auf jeden Fall Puren-Punkte. Mit der Crowbar. Oh mein Gott. Ey, ganz ehrlich. Hier stehen überall Leute auf Dächern. Hier sind überall Leute irgendwo drin. Was hast du hier? Farah Floyd ist wieder weg, Alter. Ohne Scheiß. Leute, ich hab mich in meinem Haus verstanden. Reggifurt. Ja, und weißt du auch warum? Weil das jetzt mein Haus ist. Was? Alter. Da kriegt euch. Weg von meinem Haus. Weg von meinem Haus. Ich bin weg von deinem Haus. Du solltest auch weg von meiner Tür. Wenn ich tot bin, ist ein Cervel. Was? Hau ab. Tschungen. Ey, wenn ihr auf meinen Server kommt, ja? Wenn ihr auf Dr. Freud Player 2 guckt, dann seht ihr, ich tanze. Das ist viel cooler. Guck dir mal auf jeden Fall Tschungen an. Ich glaub der ist früher. Alter. Okay, du bist, du bist, du bist, du bist, äh, du bist Dete. Okay, halt, stopp. Neue Strategie. Der einzige, der in mein Haus darf, ist der Dete. Der ist ein Verbrauchsmoke. Der ist ein Verbrauchsmoke. Oh, Alter, was ist denn das für ein kurzer Loop, eigentlich? Und dann ist... Smoke 2 Joints a day, and I smoke 2 Joints a night. Da hinten steht Kubert, und der geht nicht weg. Und das macht nicht. Kubert, verpiss dich. Hau ab. Hau ab. Raus. 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 Smoke 2 Joints a day. Raus. Smoke 2 Joints a night. Frackin' all the joints. Raus. Makes me feel all right da. Raus. Smoke 2 Joints. Warum kannst du fangst mit Ballern auf? Weil das mein Haus ist, und ich den sehste mit mir hier zusammen. Ey Leute, könnt ihr alle mal bitte chillen und mal der Reggie-Mucke lauten? Smoke 2 Joints a night. Nee, weil die hörst nur du, weil du bist nah dran. Smoke 2 Joints a night. Hier ist jemand gestorben gerade, Leute. Hier ist jemand gestorben. Ah. Oh! I feel alright. I smoke 2 Joints. Wo ist er? Oh mein Gott, der ist hier wo? Ah. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, der ist hier. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. I smoke 2 Joints a day. Hey, aber was ist die so ich? Leute, ich. Joints. Bob Flasher ist ne nix. Leute, Bob Flasher ist es hundertprozentig. Und Bob-Bum-Bay. Wieso werde ich jetzt in einen Topf geworfen mit ihm nur, weil er da oben rum steht und ich weggerampte? Dann ich smoke two more Ah, wow I smoke two joints in the afternoon And then I feel alright It makes me feel alright, okay Two joints Können wir gleich nochmal eine Map nehmen, die nicht so ein Labyrinth ist Yes Will ich auf das Radio schießen? Ich hab da oben gerade jemanden nach draußen auf dem Dach I smoke two joints in the morning I smoke two joints in the night I smoke two joints in the afternoon It makes me feel alright Sag mal, ist das vielleicht Frodo, weil der die ganze Zeit so ein Scheiß singt? Nein, ich versteck mich hier und höre gleichzeitig Musik Das weiß aber jeder, wo du dich versteckst, ist ein bisschen doof Der ist ja egal Ich hab ne Striker, Alter, wenn hier einer um die Ecke kommt, ist der tot Oh, Striker, so schön Frodo, du wirst, dass sie nur ungefähr 60% von dem Schaden der Schrotflinte macht Wow, die wurde von irgendjemandem angeschaut Da oben auf dem Dach ist Der ist auf dem Dach Ich geh aufs Dach Achtung Mach ihn kalt Scheiße Gut, okay Robin, dude Du, Robin, so Smoke two joints in the afternoon Scheiße Ich verkacke so hart hier Oh, Robin, hast du mich jetzt einfach nicht getroffen, weil dein Aiming so scheiße ist? Ja Ist er tot? Kriegst du ihn? Ja, warte mal, ich muss mal Ja, ich smoke two joints and then I feel right I shoot all the Robins in the face, yo Oh, ist das geil Ich hab dich eigentlich getroffen, Robin Ich glaube, dass es mich getroffen hat Robin hat ne Bodywave gemacht, ich lass den hier so tanzen Was? Hans Ich hab noch nicht die guten Spots in dem Haus raus, ey Haus, Maus, Klaus, raus Haus, Maus, raus Raus, Saus Nee, du schießt auf mein Radio, Alter, wenn du auf mein Radio schießt, erschieß ich dich Represent Echt jetzt? Wo ist das Radio? Ja, schießt jeden, der auf mein Radio schießt, ohne Scheiß, ohne Warnung Ich bin Detective, also darf ich sogar jeden erschießen Oh, das ist ein Feuert, ich find hier nicht eine Knarre Radio erschießen ist ein Staatsverbrechen, so, hier sind drei... Geht ihr bitte raus aus meinem Partei Oh, ich glaube, Jesse ist es nicht Bad, Bad Hast du meinen, du dummer Hurensohn? Ich töte jetzt Bad, ist das okay? Ich töte Bad Wer war das? Bad, du dreckiger Mistmensch, Alter, erschießt dich so hart Aber Jesse, wollen wir Waffen tauschen? Oh, ich hatte gerade mit dem Mikro aus, ich hab geredet, sorry Wer hat auf mein Radio geschossen? Was hast du wohl ne Waffe? Ich wollte ihn mal behalten Bob Slasher und MakeMeFafa sind zusammen unterwegs und chillen die ganze Zeit bei mir Wow, Scheiße Ich hab Scheiße gebaut Nein, ich hab doch gerne Scheiße Yeah Fuck you Was? Jesse war Traitor? Oh, Kacke Was sogar nicht Wieso, ich bin hier der Was? Ich glaube, Robin dachte, ich wäre Traitor gewesen, aber ich habe einen Traitor gekillt Oder Robin ist Traitor Er steht da unten bei einer Leiche und gerade eben hat jemand geschossen Ja, ich habe Robin erschossen, weil er auf mich geschossen hat, er war aber Inno Und ich habe davor Melioda erschossen, die ich jetzt schon dreimal als Traitor geproovt habe Genau Und deswegen dachte wahrscheinlich Robin Was machst du da? Bob Slasher Bob Slasher Bist du's? Ja bitte Nein Okay Da drüben ist Qbert, der steht da ganz alleine an dem Sniper Spot auf der anderen Seite, Jungs Guck dir mal auf die andere Seite Auf die andere Seite Ich bin Dete Foto ist Dete Hallo Winker Winker Da wo Gegenüber von dem Fenster, wo du in der letzten Runde Wo, 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 wo Bad is here, bad is here, bad is here, oh Gott, ich bin so gut wie tot Warte stopp Warte stopp, ist das Parahaus, dieses kleine, diese Computerzentrale Genau Genau Also Da oben ist Bob Slasher Oh Traächst Da 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 Hier ist übrigens die Health Ich hoffe einfach, ganz ehrlich, ich hoffe einfach, dass Flo nicht der zweite Traitor ist, weil dann habe ich ihn jetzt gerade geheilt Da unten schießt doch Q-Bird, ey Rob, warum schießt du? Aber Bob-Slasher und Fairbanks haben sich gerade gegenseitig abgeballert Ja, weil wahrscheinlich Ach fuck, sorry Sorry, ja, sorry, sorry Ricky Dick, ich dachte du wärst Robin, der sich da versteckt, weil der hier gerade reingerannt ist und der ist ein Traitor, weil der jemand erschossen hat Und ich dachte, ich dachte du wärst er, weil er genau an der Stelle reingelaufen ist Warte mal kurz, wer lebt? Da hinten, Frodo, alter, wer ist denn jetzt noch überall? Ja, Rob, Bubble Nein, es ist Rob Rob oder Q-Bird, der von beiden, der lebt Robin ist tot da unten Echt? Robin ist tot, Q-Bird ist es Robin ist... Was, Leute? Flo hat mich ganz am Anfang erschossen Ja Ey, aber du warst doch grad... Moment mal Was vergesst ihr immer für Zeug? Scheiße What the hell? Aber wie? War Q-Bird scheiße, war das ein Airstrike? War das ein Airstrike? Oh nooo War das der Orbital Strike? Ja Oh, warte mal, wird der nicht gebannt jetzt? Ich hab dich geschossen Ich dachte, Orbit Strike war... Nee, das war nicht Atom-Rakate, das war Orbit Strike Das war doch voll nett Was hat Sterbings? Den Kamer Oh, übel Flo, ich hab auch gar nicht auf dich geschossen, sondern Q-Bird hat auf dich geschossen und ich stand vor dir und wollte ihn erschießen für dich Echt gut Ey, Leute Ey, Leute Ich hab wirklich gedacht, du hast auf mich gescheuert, das war so gut dann Leute, die Double Barrel, ist die halbwegs brauchbar? Ohhhh Keine Ahnung Anonymous, vielen lieben Dank Level Ultra Uh, Parafloid Oh, Make Me Fuffer hat auch nen schönen Karma Guck mal, wir haben Parafloid und wir haben... was haben wir? Random Frodo? Ne, wir brauchen noch nen Namen für Frodo Alter, die Laser Rifle, die geht ja mal gar nicht Oh, hi, hi, Bad Ich komm zu dir, ja Yes Ich steh vor dir, so, ist das okay für dich, Bad? Ey, ohne Scheiß, Reaktion Fuck Sie waren aus dem Boden, oder? Ich will dich stolz Das ist okay, aber dann warte ich hier drinnen auf dich Oh, da drüben steht der Oh, hi Ich hab einen Spitz in den Boden Du hast keine offizielle Farbwaffe Was denn? Ohhhh Hab ich hier stehen bleiben? Nein Oh, fuck Oh, grad noch gerettet Da drüben ist Rob Bubble Ich gebe gleich, wo du die Schusserlaubnis hast, wenn du weiter im Schussfeld bleibst Ja, hallo Sie ist immer noch in meinem Schussfeld, Bad Bad, sie ist immer noch in meinem Schussfeld Bad Sie ist immer noch in meinem Schussfeld, Bad Er schieß mich nicht Oh, du pikst ihn Du bist ein Vogel Bilyona, du bist immer noch in meinem Schussfeld Hey, Marc Bilyona, du bist immer noch in meinem Schussfeld Hey, Marc Es ist der Bobslasher Es ist der Bobslasher Verfolg dich jetzt Ich verfolge Bobslasher, ich verfolge Bobslasher Ich verfolge Bobslasher Den kann man nicht abknallen Wie gut das aussieht, wenn der aus dem Boden rauskommt Nicht erschrecken Den kann man nicht erschießen Den kann man nicht erschießen Den kann man nicht erschießen Achtung an alle Den kann man nicht erschießen Den kann man nicht erschießen Man kann den Raben nicht erschießen Ja, ich Mit ungefähr 10 Ansagen, dass ich auf Achtung an alle Warte mal, stopp, stopp, stopp Können wir mal kurz alle stehen bleiben Und mal durchzählen, ob wir alle da sind Wie viele Leute spielen Wie viele Leute spielen grad Rolf Ne, jetzt mal ernsthaft 9 9, ok Da unten läuft einer Das ist Qbert 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ich seh 8 Ja und da unten läuft Qbert um die Ecke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ne, wir sind 9 glaub ich Ja Warum kann der das, warum kann der rumtastern Das heißt jeder, jeder sieht grad Der Tech-Tipp ist Jeder sieht grad jeden, ja Er hat die Macht Jeder sieht grad jeden Ja, ich bin saukrass Mit meiner Schick-Lila Uh Mit meiner Imba knallt Alle sind Parafloid 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 Alle tanzen den Parafloid Parafloid Der Weg zieht gerne Red Oh wer schießt Es ist Robin, es ist Robin, es ist Robin Es ist Robin Überhaupt nicht Fabi schießt Robin hat auf mich geschossen 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 Ja. Robbubbert viennent von Nebenan... Ja, lassen wir weiter nach vorne zielen. Also ich bin jetzt proven, ja? Ich habe den Traitor erschossen. Wen denn? Ich habe Robbubble erschossen. Wie hoch sind die Chancen, das du seine Nummer hast und er geschrieben hat, du sollst ihn erschießen so als Deckung? Ehr wenig. Ich hab ja so ein kleines Problem mit Fairbanks, aber das ist seltsamerweise... Robbubble ist Proven Trader. Robbubble ist Proven Trader, aber der ist tot. Ja, weil ich den erforschen hab. Aber wer hat denn jetzt mit Fafa erschossen? Ah! Da schießt jemand. Äh, Frodo ist tot. Da, da, da ist jemand im... Weiß das, jetzt ist er weg von der Scheibe. Hallo. Ich war das. Ich glaub, es war Flo. Nein, Alter. Am Arsch. Was hast du für ne Waffe in der Hand? Ich hab ne... Äh. Was habt ihr für ne Waffe in der Hand? Fairbanks ist der Mörder. Fairbanks ist der Mörder. Es war ein Sniper. Irgendwie der Sniper hat uns in diesem Fall. Dann ist es doch Bob Flasher. Nein, ich hab grad den Traitor erschossen. Hey, Beth, Beth, das kannst nur du sein, weil du jetzt grad ne Lüge brauchtest. Alter. Was kann denn Tumor? Ich hab' gechance durch. Ich find' auch hier drüber. Ich hab' gechance durch. Ich hab' gechance durch. Ach? Okay, es ist niemand hier auf dem Dach. Ich hab' gechance durch. I smoke to joints in the afternoon. Dooh ist noch jemand unten? Irgendjemand hat ein Sniper-Sport. Ich weiß nicht. Ich hab' gechance durch. Ich hab' gechance durch. Da hinten ist noch irgendjemand. Höhe. Ah, wo ist das Ghiest? Ich hab' gechance durch. Wer war's? Ich hab' gechance durch. Er war's. Der Mögefil. All right, a smoke, du Joins! Willst du, was abgeht mit Frodo Guts hat sinkt? Lass uns den Setbacks um weniger sinken. Oh man, aber ich chill immer da oben, wenn ich tot bin, dann bei der Box ab jetzt. Der D-Termodus kann mit der Box sein. Ey, Leute, ich höre es mal kurz. Setbacks, ich habe gerade eine Leiche gescannt. Ich habe eine Leiche gescannt und die Leiche, manchmal als D-Termodus, wird einem mit 80%iger Wahrscheinlichkeit der Mörder gezeigt. Ach so, was ist das denn, Alter? Naja, und du hast mir die Hörer angezeigt, also habe ich dich gekillt. Hey, lass meine Winchester liegen fair bei dir. Sorry, war nix gegen dich. Also meine Halle wie Winchester, weil die einfach geil ist. Ah, scheiße. Oh Mann, ich könnte so kotzen, Mann. Ich bin immer... Geno, ich bin nie Traitor. Wenn die jetzt... Ey, ich sag euch, jetzt ist Frodo Traitor. Nein! Ah, nein! Aber ich bin fast... Ey, Detective! Ey, ganz ehrlich, ich sag Flo ist Traitor. Detective, magst du mir eine Health Banks? Versau deinen Karma. Fairbanks? Ja, ich bin runtergefallen. Aber mein Karma ist relativ... Äh, Fairbanks, bist du noch am Leben, Alter? Du stehst hier so... Mitten in der Welt rum. Ja, ich baue... Ich baue gerade meine... So, mal kurz was noch zu Futter holen. Kannst du mal eine Health Station irgendwo hinwerfen? Ich bin so übelst tot. Hier in die Ecke am besten. Du betraust Flo? Ich bobswäsche also. Flo-zen! Hä? Kannst du mal bitte eine Health Station hier hinten bauen? Hier in die Ecke. Alter, ich bin zu 90% immer innocent. Immer. Außer jetzt, meinst du? Außer jetzt, rein technisch gewesen. Scheiß Waffe. Warte mal, bevor ich euch töte, muss ich mir dann erstmal eine bessere Waffe holen. Wo ist denn die? Brennen aus, echt! Sie sieht aus wie eine Mikrowelle. Ach, kacken. Hi, Bob. Hallo. Ja, Ausnahmsweise. Warte, lass mich denn die Waffe. Ja, genau, Alter. Oh, ich wollte mir eigentlich eine Health Box kaufen, aber jetzt habe ich mir einen Light Saver gekauft. Spaß. Ey, was? Es ist Melida. Melioda? Okay. Es ist Melida. Melioda, Melioda. Melioda, Melioda. Das ist Melioda. Wo war sie denn? Das sind schöne Waffen. Ja. Ich höre sie schießen, aber ich sehe sie nicht. Das ist eine Schweigesegunde für Robben. Nein. Nein. Ah, ich fliege. Oh nein, wie dumm ich bin. Wo seid ihr denn? Ich höre euch schießen, aber ich finde niemanden. Da oben ist keine vernünftige Waffe. Melida ist es auf jeden Fall. Melioda. Alter, wer schießt denn hier noch so wie blöd rum? Was ist hier für blöd? Sagt einfach Chessy, bitte. Also, was war das denn grad? Was? Seid ihr alle bissl behindert? Ja, wir sind. Wink. Oh. Hä? Hä? Was war das denn jetzt? Kubert und ich. Ja, Kubert, die blöde Brechsauch. Vor allen Dingen ist er nicht gestorben. Ohohoho. Und wieder Kubert? Ey Kubert, du bist... Ey Kubert, du bist so Atmen-Modus. Der hat doch an. Der hat doch an. Der hat doch an. Wer redet denn da die ganze Zeit? Also alleine, alleine... Sorry, sorry. Können wir ganz kurz alle ruhig sein. Alleine, dass Flo gerade durch die Gänge gelaufen ist und allen auf dem Boden liegenden in den Kopf geschossen hat, ist so krank, dass ich das, dass ich... Ich möchte nie wieder mit dir alleine sein. Was sind das für dreckige Dreckswaffen hier? Sag mal. Wieso noch einen zusätzlichen Traitor? Noch einen Traitor? Bisher habe ich das Gefühl, dass Traitor immer entweder verlieren oder anderen sich aufm Dach machen. Nooo, was machst du da? Firebanks? Ich bin schon wieder Inno, ich geh so kotzen. Firebanks. Das finde ich voll gut. Ich bin schon wieder Inno, ich geh so kotzen. Ich geh jetzt hier runter. Ich geh jetzt hier runter. Spielt ihr noch Borderlands oder bleibt es bei TTT? Ey, genau Robin. Wieso sollten wir denn Borderlands spielen? Was? Ich weiß es nicht. Was weißt du? Wer schießt? Wer schießt? Ja, aber Borderlands haben wir doch durchgespielt. Borderlands habt ihr nicht nur durchgespielt, ihr habt's durchge... Wo? Ich komm schon wieder nicht raus, Alter. Detective to the scene. Flood bist am Leben. Flood ist tot. Flood hat den Detektiv. Wo ist der Detektiv? Das war der Gärtner. Der Gärtner ist tot. Der Gärtner ist tot. Fairbanks, geh weg. Ich möchte dich nicht hier sehen. Warum kommt jetzt doch Frodo hier, ey? Okay, ich bin schon wieder weg. Frodo nicht der Detektiv, wer ist der jetzt weg? Ey, Fairbanks, geh weg. Ich baller dich eigentlich kaum. Geh weg. Ah, irgendwer hat mich runtergeschubst, Alter. Fairbanks, hast du mich geschubst gehabt? Nein, Fairbanks ist bei uns. Du bist selber runtergeflogen. Laut meinen Analysen, laut meinen Analysen bist du hier zu 80% der Traitor. Wer? Nein, Mann. Laut meinen Analysen bist du hier ganz klar mir auffällig am Stalking, Fairbanks. Analyse. Äh, warum bist du eigentlich hurt? Ich? Ich? Weil ich runtergefallen bin von der Leiter dann. Alter! An der Seite wäre es vielleicht vor mir nach Wurzburg. Ey, was hat mich gerade runtergeschubst. Ja, ich bin an die Leiter hier runtergefallen. Ich möchte meine Ruhe vor dir haben. Bleib weg. Nee, du bist... Ey, du bist... Ey, geh weg. Es ist Frodo, glaub ich. Fairbanks, du bist... Verpiss dich. Robbubble! 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 Oder? Hast du eine Shotgun? Nee. Ist das deine Logik? Weil ich keine Shotgun hab, bin ich nicht der Traitor? Nein, ich dachte du hast... Ja. Du bist runtergesprungen und dann gab's Shotgun-Schüsse. Und dann dachte ich, ist Frodo. Aber ich dachte, du hast eine Shotgun. Ja, Fairbanks zielt auf mich. Falls die Runde mal kurz vorbei ist, ich geh mal ganz kurz aufs Klo. Ey, 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 ey. Tito. Tots AFK. Bitte dich erschießen. Weil... Wer ist es denn jetzt? Weg kurz. Boah, Alter, was geht denn da grad ab? Juhu! 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 Hast du das Ding noch benutzt aus dem Tod? Juhu! Das Ding benutzt. Ich bin mit dem Ding... Ich glaube, ja, ich hab's benutzt. Weil ich hab nämlich noch... Ich hab mir noch Rikidiki geholt. Ey, neue Map. Neue Map. Kommt schon. Ja, das ging ja schnell. Oh nein, Clock Town? Oh nein. Kenn ich gar nicht. Oh no. Ey, ich war echt gut grade in der Szone. Muss man echt sagen. Ja, ich hab auch mindestens einen geholt. Ihr habt jetzt nicht gehört, dass ich Rob Bubble geschrien hab. Ich hab's gehört, aber mir war's egal, weil ich der andere Traitor war. Echt jetzt? Darf ich euch mal ganz kurz mein Lieblingslied singen? Nein. I smoke two joints in the morning. I smoke two joints at night. I smoke two joints in the afternoon. It makes me feel right. I smoke two joints... Text, text, text. Text, 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 text. Something text and something text. And then I smoke two more. Bei mir ist noch nix. Das ist die Katzen-Map. Die Katzen-Map. Die Katzen-Map. Die Katzen-Map. Die Katzen-Map. Ich kann Farben schmecken. Oh Gott, was? Nein. Was? Nein. Das ist die Horror-Map, Leute. Guckt mal in den Himmel. Ich kann Farben sehen. Ich kann Farben sehen. Das ist die LSD-Map, Leute. Das ist die LSD-Map. Das ist die LSD-Map mit dem krassen Mond. Äh. Leute, lass uns weg in dieser Map. Ich brauch nur noch Katzen. Ich hab Palt. Das ist geil. Alter Map mit LSD-Map. Bei mir hat noch gar nichts geladen. LSD-Map, Leute. Das ist die falsche. Nicht aus dem Weg gehen. Oh, geil. Water Temple, Alter. Wat? Und hier ist ein fetter Error. Oh, bitte nicht. Alles ist kaputt, Mann. Alles ist kaputt. Du 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 du. Wie weh ich mich auch nur mit der halben Geschwindigkeit! Ich... Also von mir aus... ...können wir gerne andere Map spielen, weil ich nämlich gar nicht... Oh, jetzt... Ey, Leute, können wir eine Runde Death Run machen, bitte? Oh, jetzt bin ich auch da! Oh, was? Achso, ah! Könnt ihr von meiner Rutsche runtergehen? Holy shit! Kann man hier rausgehen? Wenn ich hier rausgehen, wo komm ich da rein? WTF? Was ist denn bei euch los, Alter? Oh, Make Me Papa ist auch... Ey, Robin, stopp! Robin, chill mal! Ja, ich hab gesehen, wie du sie erschossen hast! Ey, Alter, ich hab Ricky Diggi erschossen, weil er ihn erschossen hat! Okay, dann lass erst mal checken, wir checken jetzt! Ich weiß auch nicht, du mach einfach gleich mal weg! Du checkst, ich pass auf, dass Q-Bot keine Scheiße baut! Innocent! Hey! Ganz ehrlich, Make Me Papa hat ihn erschossen! Wenn du mich erschießt, erschießt du einen Innocent Man! Q-Bot war's! Ähm... Nexus! Ne, Resident Evil 2! Ja, aufhin! Ich muss eine fucking neue Map nehmen! Wie es sich über die neuen Maps aufregt, ein Typ! Ich... 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 Ich bin wieder da! Nexus kenn ich auch nicht! Komm hoch, Nexus! Nein, man! Resident Evil 2! Was geht denn ab? Äh... Was ist denn nix? 13, 12, 11, Alter, ey! Wer hat denn Zeit für sowas, Mann? In der Zeit hab ich ja sechsmal einen USB-Stick sicher entfernt! Was ist das für ne... Creepy? Macht da grad... Ich bin das... Macht da einer von uns grad die Musik? Ja, ich bin das... Warte mal, ich muss noch mal ein Webcam stücken... Aber die Musik bei Clock Tower ist halt auch mega laut! Äh... Äh, wo steht nochmal ein Traitor oder Innocent? Ist es oben oder unten? Unten, unten, links! Weil ich grad überlege, wie hoch ich meine Kamera machen muss, damit man das bei mir sieht... Ganz unten! Äh... Wenn du Traitor bist, wird das nicht angezeigt, weil du ein rotes Faden... Kurzer Tipp! Aber... Das sieht man... Ich glaub, die hat auch nicht... Das sieht man... Was sieht man? Hä? Was willst du sagen? Hä? Sprich doch mit mir! So, ich bin wieder da! Wenn du Traitor bist, hast du einen roten Faden zu spielen? Hallo? Was? Ach geil! Und Dieter, der des... Was? Und Dieter Destroyer sagen... Flo, hallo! Notice me, Senpai! Bei mir ist überhaupt nix, was man notizen könnte... Und... Quasi-Mike... Sagt... Boah, würdest du gerne mitzocken? Ja, dafür sagt Royal Rebel, dass er das liebt und Smiley, der lacht... Hätte auch schon jemand gefragt, was die IP ist von den Community TS und so... Äh... An unsere besten Mods der Welt... Mal kurz die Community TS IP... Äh... Reinspämen... Ja... Mach ich... Workshop complete... Steige aus dem Bett... Bereite... Man... Kann bitte... Ich nie wieder mit Mario Barth verglichen werden? Wieso werde ich denn... Wieso werde ich denn... Wieso werde ich denn immer mit Mario Barth... Wieso werde ich denn immer mit Mario Barth... Immer diese... Ne, das ist nicht witzig... Das finde ich nicht in Ordnung... Freunde... Also da müssen wir ein ernstes Lörtchen reden... Nur weil ich... Weil ich am Berlinern bin oder was? Das verletzt doch hier Fühle... Ja... Ey Leute... Leute die dich beleidigen... Kennste... 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 Das ist ja ne wirklich schöne... Alter die ist so über nice und schön... Nur das hier nirgendwo... Außer hier... Richtig gut... Oh ich bin auch drauf cool... Boah geil... Nein hier ist sogar... Hier sind sogar an den richtigen Stellen die Toten aus dem Spiel... Ich bin im Keller... Ich bin im Keller... Wir sind im MAD... Hast du echt aus welchem Spiel gefragt? Wir waren mit 12 Leuten spielen... Oh... Ja... Bei mir hat die MAD nicht geladen... Deswegen... Und ich hab noch nie Resident Evil gespielt... Oh dann hast du... Ah stimmt... Jetzt seh ich auch Resident Evil... Resident Evil... Ist das nicht dieses äh... Dieses äh... Haken Slay Game? You should take the keys... You're the master of the keys... Be careful... Or you're gonna be a grilled sandwich... Äh... A Jill sandwich meine ich... Oh nein... Was passiert? Oh... Alles wieder da... Ich hab überhaupt kein Lag... Was geht denn bei euch ab man? Ich hab einen Pin von 40... Oh Alter... Micky Paffa... Du bist hier übelst so am... Nein! Warum brenne ich? Ich brenne gar nicht... Ich hab auch einen Pin von 38... Ich bin... Ach am... Inno-Bean... Ich bin... Inno-Lebens... Inno... 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 Wie man nur Inno sein kann... Sieh alle Traitor... In meinen Bann... Hast du grad auf mich geschossen? Nein... Ich bin tatsächlich ein toter Zombie... Übelst nice... Ich liebe das... Wie cool... Was ist das? Nevermind the deadly Zombies... Was ist das? Oh ne Waffe... Geil... Lieb ich... Will ich nicht... Interessiert mich nicht... Oh nice... Übelst das Seil am Bienen... Was gibt's hier? Hier gibt es kein Rifle... Die Map ist... Die Map ist... Woah... Woah... Was... Woah... Woah... Alter... Die Map ist echt... Die Map ist zu groß... Die ist viel zu groß... Ich hab gesagt... Die Map ist scheiße... Du wolltest... Ich bin... Ich bin... Bad Ghost Rider... Hast du ein Lila-Lichtscher? Was? Komm... Eine Runde machen wir... Eine Runde machen wir... Und dann... Map Change... Ja... Vor mir ist Jayden... Jayden... Geh einfach in die andere Richtung... Wir trennen uns einfach wieder... Bad Ghost Rider ist ein Traitor... Bad Ghost Rider ist ein Traitor... Bad Ghost Rider ist ein Traitor... Achtung... 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 Ich hab einen Traitor getötet... Echt? Fairbanks war... Traitor... Aber das wusste ich nicht... Und Bad Ghost Rider war der andere Traitor... Das läuft bei mir... Das ist eine Revision... Aber ich war echt nicht sicher... Was... 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 Was geht hier ab? Boah... Ich liebe die Knarre die ich gerade habe... Die ist ja mega... Hm... Oh scheiße... Was nehmen wir an? Island? Island! Ja... Hashtag... Beste Map... Wieso bin ich denn jetzt schon wieder in den Clock Tower gelandet? Island! Man hat die Fresse... Ach... Kamera höher... Ja stimmt... Sorry... Dieser uneinsichtiger Asiate immer... So... Jetzt müsstet ihr ja sehen... Hab ich glatt vergessen... Tut mir leid... Ja... Großer Prophet... Großer Prophet... Also jetzt muss ich noch nicht raus oder? Weißt du was bei mir das Problem war? Ich hab vergessen... Äh... Nachzuladen... Fahnenkreuz Leute... Fahnenkreuz... Stimmt... Ihr seht auch auf meinem Fahnenkreuz... Evil Gronkh schreibt gerade jetzt... Voll Bock auf ne Schokobanane... Wie zur Hölle kommt man jetzt auf ne Schokobanane? Weil er Evil Gronkh ist, Alter... Doch... Schreit mit dem... Ja pass auf genau... Ich hab voll Lust auf ne Schokobanane... Teil 3... Wollen wir mal das Teil 3 Spiel etablieren? Nein... Ich will das nicht... Ich will das nicht... Alle die jetzt gerade dabei sind... Auch alle mal bitte kurz ruhig sein... Wir etablieren jetzt das Teil 3 Spiel... Und zwar... Auch für den Chat... Oder für alle Chats gilt das... Immer wenn jemand etwas schreibt... Oder wenn er etwas hört... Das nur so ähnlich klingt... Wie ein Pornotitel... Oder wie ein Pornotitel klingen könnte... Oder was sexuell gemeint sein könnte... Teil 3... Zum Beispiel... So was wie... Aber... Alter... Bad... Lutscht aber heute wieder krass... Teil 3... Ah... Wichtig ist... Meine Fresse... Hier war es aber echt so feucht... Da bin ich glatt... Ein wenig ausgerutscht... Teil 3... Wichtige Regeln dazu... Kenas... Erstens... Man darf sich nicht selber einen Teil 3 geben... Also ihr könnt nicht was sagen... Und dann sagen... Ich bin ja lustig... Teil 3... Zweite Regel... Ihr dürft nicht mit Absicht irgendwas sagen... Wo ihr euch einen Teil 3 erhofft... Weil das macht den Witz kaputt... Das macht man wirklich nur dann... Wenn niemand damit rechnet... Und dann... Der Erste der quasi Teil 3 sagt... Ist halt der Erste der die lustige... Boah... Alter Frodo... Das ist so wie... That's what she said... Ja ey... Das ist halt einfach... Ja sorry... Das sind aber die Regeln... Ey das ist halt... Die Shotgun Regeln beim Autofahren... Hallo... Die gibt es nicht... Es ist auch wirklich wichtig... Ja... Shotgun Regeln... Oh Alter... Hashtag... Ghost... 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 Ghost Rider... Nein... Ich spiel hier auch nicht mit... Warum... Warum spiel ich nicht mit... Warum hasst nicht jeder... Ey es ist Batman... Nein... Ich bin kein Trader... 100%ig... Ich schwöre ich... Hier gibt es nur die Standardwaffen... Ganz ehrlich... Rezi war dir zu groß... Ich zoom jetzt... Ich zoom jetzt einfach raus... Wie ein Giga Ding hier... Ich suche mir jetzt einfach so weit raus... Hier sind nur die Standardwaffen dabei... Erstens... Fairbanks... Du kannst nicht schießen... Zweitens... Ich bin doch immer innocent... Du bist Trader... Dann zoom ich einfach noch ein bisschen raus... Fairbanks ist es... Alter... Fairbanks schießt auf wen... Er hat mich gerade... Ich hab gesehen wie du auf ihn geschossen hast... Fairbanks... Seht ihr wie krass ich am rauszoomen bin... Oh Mann... Ich muss so diese Box weg machen... Die nervt mich... Also ich bin... Fairbanks oder Bad... Oder unfairbanks oder Bad... Also... Ich zoom einfach noch ein bisschen weiter... Ich kann nicht gerne killen lassen von euch... Ja ich bin immer... Ja... Dann guck ich halt in den Chat... Oh ich zoom wieder rein... Ich glaub es gibt nur einen Traitor... Weil es drei Spektator gibt... Dann gibt es die nächste Resident Evil 4 Session... Ähm... Ich glaub schon... Weil ihr seid glaub ich noch zu... Muss ich mal gucken... Aber eventuell dann war das dann... Bis jetzt sieht es noch ganz gut aus... Dass es Donnerstag sein könnte... Obwohl nein... Sieht es nicht... Am Donnerstag... Muss ich mich... Mit dem Hand of Blood treffen... Du schaffst es... Nein Scheiße... Bam... Ich hab schon nichts gesehen... Es gab nur einen Traitor... Ihr Ficker... Ja ja genau... So komm... Map Change... Wieso... Die ist zwar groß... Aber hier kann man wenigstens offen... Aber wie du siehst... Da kommen nicht alle rein... Da sind so viele Geheimwege... Eins... Warte mal kurz... Zwei... Wo ist denn diese Map groß alter... Sind alle drauf... Nein... Jetzt sind alle drauf oder was... Ja wir waren nicht im Game... Wir waren nur wieder an der Spectator... Deswegen... Wieso haben wir nicht... Wie üblich Spectator... Ach... Sooo... Das ist nicht... Das ist nicht... Das ist nicht... Ein wenig vernünftiger... Aus... Flo... Hör einfach mal richtig zu... Wtf... Sorry... Ich bin gefallen... Oh ich schlag jetzt auf das Fass... Ja da hat Rick und ich grad drauf gehauen... Das ist irgendwie für dich heute... Stirb Fass... Boah... Wieso explodiert das Scheiß Fass nicht... Nein... Oh... Ich bin Inno... Ungefähr die tausendste Runde in Folge... Nein... Sorry... Nein... Nein... Ich war's... Ich war's... Ich hab auch das... Der... Der Däter hat aufs Fass geschossen... Und das Fass ist explodiert... Weil ich nicht mehr gecheckt hab... Dass auf einmal... Das Game los geht... Fliegt runter... Du hast mich getötet... Es tut mir leid Robin... Dann darfst du nichts mehr sagen... Wo geht's denn runter... Oh geil... Ne Diegel... Alter... Oh wie er auch die Diegel nimmt... Liebig... Rrps... Alter... Wie er die Diegel nimmt... Das... Hier oben ist Jaden... Achtung... Jaden ist hier oben... Achtung... Achtung... Nicht cool... Jaden verpiss dich... Bleib auf der anderen Seite von der... Von der Lampe... Ey Fairbanks geh weg... Fairbanks verpiss dich... Weil ich der Dete bin... Und ich dir sagen kann... Was du zu tun hast... Ja... Terrorist... Du bist Inno... Ja... Gentlemen's Agreement... Ey... Kann ich da hoch... Ähm... Ey... Den Kopf schießen... Nein... Ich wollte Fasserschießen nachdem du weg bist... Okay... Pass auf... Dann schnapp dir eine Sniper... Wir bewachen die Karte... Ich vertrau dir... Ich vertrau dir... Das ist dein Problem... Ey... Übrigens... Wenn ich jetzt gleich... Scheiße... Make me Faffa... Es ist... Es ist Rick... Es ist Rick... Ah hier ist Beth... Beth geh weg... Guck mir nicht an... Guck mir nicht an Beth... Okay... Make me Faffa... Hol dir den... Grappelhook... Dann kannst du über die ganzen... Ja warte mal... Ich muss erstmal den Grappelhook besorgen... Wer hat... Wer hat eine Freude schossen? Make me Faffa... Grappelhook... Grappelhook... Ich kauf mir eine... Ein Grappelhook... Weil ich so krass bin... Und dann muss ich aber rüber... Ich will eine Waffe... Wie kommt man denn da hin? Ich will eine Waffe... Aber keine Waffe... Das nervt mich schon ab... Also... Ey... Jayden ist auch los... Miniona ist hier... Fairbanks... Ja super... Mit dem Grappelhook... Da töt' ich mich am Ende selber... So dumm wie ich mich anstelle... Das war ein beschissener Kaufgrad... Make me... Ich will eine Waffe... Beobachte gerade hier... Wo du... Mach dir grad die... Ey... Hier... Ich seh ihn... Unter der Brücke... Make me Faffa... Das ist Jessie... Nein... Ja das ist Jessie... Ich wollte grad sagen... Ich bin... Mit Jessie am... Am rum... Ich hab... Oh yeah... Oh yeah... Jessie... Jessie... Guck mich bitte nicht an... Bitte guckst du weg... Wenn du mich angisst... Danke... Und das ist kein Teil 3... Weil das ist zu offensichtlich... Wenn man sagt... Guckst du weg... Wenn du mich angisst... Ich glaube die Frage war... Ob wir immer mit den selben Leuten spielen... Nein... Also wir... Wir spielen ganz oft... In einer Standardbesetzung... Aber sonst... Ich bin übrigens tot... Wo? Hä? Wo? Er ist die ganze Zeit gewesen... Jessie warum willst du mir die ganze Zeit... Oh LeFloid ist tot... Und Qbert... Guckst du mir mit? Keine Ahnung... Ich war die ganze Zeit weiter gechillt... Und wollte weiter bleiben... Aber hey... Ich geh gern halt... Ich vertraue dir trotzdem nicht... Wo du niemandem vertraut... Rick... Wo bist du? Warte mal... Rick... Du bist ja... Du kannst ja theoretisch einfach was sagen... Warte... Stopp... Rick... Ah... Ich weiß nicht, dass er der Traitor ist... Ja, aber er kann auch so tun... Dass er tot ist... Stimmt auch wieder... So wie ich es gemacht hatte... Verwirrt übel... Also ist das auch clever... Fresshalten... Hier sind übelst viele Leichen... Kannst du mal bitte Fairbanks checken? Ja... Ja, dann guck mal weg bitte... Dann dreh dich um... Hier... Ich nehme mal... Ich hab ihn geholt... Sorry Bad... Ich war zu langsam... Er hat dich angeschossen... Aber ich hab ihn geholt... So jetzt... Ich check mal kurz... Aber warum haltet ihr denn so viel aus? Wie haltet ihr denn aus? So... Alt und eh... So warte mal... Fairbanks ist innocent... Und wurde mit einer Shotgun... Und wen noch? Ich hab mein Sohn euch gleich gebrettert... Ich höre die ganze Zeit mit dir am Anfang Frodo... Aufpassen einfach... Naja... Ich bin ehrlich gesagt... Oder kannst du mir eine Heel Station oder irgendwas... Ja wir können kurz hochgehen... Dann baue ich dir da eine hin... Ja dann bau das auf der mittleren Etage... Und pass auf den Eingang hier auf... Wie... Wo ist denn die... Wann ist denn die mittlere Etage? Hier ist die mittlere Etage... Ah... Hier ist die Mittlere Etage... Ah... Jessie kommt zu uns... Ich hab auch keine Waffe... Ihr weg Alter... Ah... Ich hab keine Punkte mehr für die Heel Station... Weißt du warum? Echt? Weil ich mir einen unnützenen Grapple Hook gekauft hab... Der ist eigentlich ganz geil... Wenn ich mir den kaufe... Jessie ist bei mir... Und die sieht so terroristisch aus... Moss und Frodo die gerade tot sind... Wir brauchen einen Nightbot in... Frodo's Channel... Oh der war doch da aber vorhin schon drin... Jessie... Hey Frodo... Bitch... Ja warte... Bitch... Ist der noch nicht eingebaut? Ne... Ach scheiße... Ja gut okay... Alter ey... Ihr hört... Ihr hört aber auch so gar nicht zu... Wenn jemand 5 mal schreibt... Rack mit Fafa Rick... Rack mit Fafa Rick... Oh mein Gott... Er schießt... Er schießt... Ich bin tot... Nein... Rack mit Fafa haben wir in dem Moment... Als wir ihn gefunden haben... Haben wir ihn noch erschossen... Wir mussten ihn nur finden... Das war das Problem... Weißt du was Frodo... Dann hab ich euch nicht zugehört... Ja... So ist es halt... Ich muss halt Zettel schreiben... Hashtag Zettel schreiben... Wieso musst du Zettel schreiben... Was hältst du für... Achso... In die... Richtig... Ich muss den Leuten sagen... Dass nach Löwenkind... Mein nächstes Album... Der nächste Shit wird... Nacktmullkind... Zettel schreiben... Boah... Find ich geil... Und ja... Meine... Meine Kamera... Nacktmullkind wird übrigens... Schlager Techno Rap... Mit Death Metal... Mit Death Metal... Ansetzen... Ein Musikstil... Den du neu erfinden wirst... Ne... Es ist... Es ist schon... Schlager Techno Rap... Mit Death Metal ansetzen... In... In... Deutsch... Aber mit... In Deutsch... Aber mit Aramäischem Untertiteln... Ey... Keiner kommt in Leuchtturm... Leuchtturm ist meiner... Du hast doch auf einmal auf den Detective geschossen... Ne... Doch... Nein, hab ich nicht... Ey, wie kommst du darauf... Ich bin übrigens gerade... Ich möchte, dass der Chat mal mitzählt... Ja, ich bin schon wieder... Inno... War nichts... Vor mir... War... Eine halbe Stunde hier rumgesessen bin... Hier ist... Robin... Ohne irgendwas machen zu können... Und... Ganz jeder andere... Hey Beth... Dreh dich mal um... Was? Dreh dich mal um... Lol... Waffeln... Wir brauchen Waffeln... Alter Schwede... Schreib mal kurz was... Und dann... Boah... Sorry... Flo... Warte mal kurz... Warte mal auf mich... Ich trau dir jetzt mal... Ey Leute... Habt ihr schon von unserem... Lord und Savior Jesus Christ gehört? Ja... Hier ist Rob Bubble... He's destroyed... Rob Bubble kommt in Räume rein... Und sagt... Ey... Excuse me... Hast du einen Moment... To talk about our Lord and Savior Jesus Christ? Wisst ihr... Dass Jesus schon in der Bibel gesagt hat... So Leute dich helfen? Oh... Ein Dreh dich mal um... Teil 3... Ist gar nicht so schlecht... Ja... Äh... Jaden... Warum rennst du mit dem Scharfschützengewehr rum? Nein... Moment... Blöde Frage... Viele Leute rennen mit dem Scharfschützengewehr rum... Sie fragen... Weil ich lieber mit der Diegel rumrenne... Weil die ne rote kleine Spitze hat... Und ich find das süß! Weißt du so was hier? Hier ist jemand tot! Oh... Hast du die zweite... Wie gesagt... Er hat uns doch auch geschossen... Ey... Hier ist irgendein Messer passiert... Ok... Jaden war es nicht... Der hätte mich eventuell erschossen... Da hinten ist noch ne Leiche... Flo... Also jemand... Ey... Jaden zählt auf uns... Jaden zählt auf uns... Jaden zählt auf uns... Ja... Jemand ist mit ner Diegel getötet worden... Warte stopp... Mit ner Diegel... Ja... Aber stopp... Jaden hat auch grad gesagt... Dass er eine hat... Ja... Und... Du hast auch eine... Ja... Aber trotzdem... Ich möchte nur sagen... Dass du auch ne Diegel hast... Ja... Wo ist noch ne Leiche? Ja... Ich check die... Die wurde mit ner Sniper geschossen... Warte stopp... Wenn eine mit ner Diegel... Und eine mit ner Sniper tot ist... Ich hab ne Diegel und ne Shotgun... Und Jaden hat mich eventuell... Wir beide zusammen... Jaden und Frodo sind Beta... Achso... Das kann natürlich auch sein... Ist aber nicht so... Ich würde jetzt... Ich würde um euch zu beweisen... Dass ich kein Traitor bin... Werde ich Jaden töten... Sobald ich ihn sehe... Falls ich es nicht schaffe... Bin ich... Woah... Jaden kommt von hinten... Jaden kommt hier... Hinter dem Haus davor... Ja... Ich seh ihn auch grad... Ich bin... Ja... Rob Bubble ist das... Ne... Das ist Rob Bubble... Achso... Stopp... Alter... Sag doch sowas nicht... Ich hätte fast auf den geschossen... Das Problem ist bloß... Oh fuck... Es ist... Wo? Ist sie weg? Ja... Läuft bei dir... Warte stopp... War Jesse Official Traitor? Wer hat denn sie gerade geholt? Ich hab sie geschossen... Ah Jaden... Jaden? Ok Jaden... Ok... Ich geh auf Jaden York... Ich glaub Jaden ist hier unten irgendwo... Wo ist Jaden? Da ich seh ihn... Er ist hinter der Seite... Er ist hinter der Seite... Da ich seh ihn... Da ich seh ihn... Ich hab Jaden gekillt... Nein... Alter... Das war aber... Ne... Das war aber... Ich hab ja nur... Ich hab ja nur... Ey... Das war aber auch nicht so leicht... Ok Flo... Es hat sich bewiesen... Dir kann man auch ab und zu trauen... Mir kann man immer trauen... Nein... Ich hab ne Deagle Teil 3... Überhaupt nicht... Ich wusste nicht, dass du stuck warst... Jaden kommt von hinten Teil 3... Das ist lustig... Aber ich hab ne Deagle Teil 3... Das ist lustig... Aber ich hab ne Deagle Teil 3... Das ist doch supra unlustig... Ne... das ist Trusseln... Ja... Ich sag ja... Ja... Schön... Das Teil 3 Spiel etabliert... Ich freu mich... Das muss die ganze Welt spielen... Super... Übrigens... Irgendwann ist das Spiel total scheiße... Dann macht man's die ganze Zeit nicht mehr... Zumindest die ganze deutsche Welt... Und was heißt das... Die ganze Welt muss Deutsch sprechen... Ja... Die ganze deutsche Welt muss Deutsch sprechen... Du... Ne... Lass mal... Das sind so die ganzen... Das sind so die typischen Diskussionen... Mit der Politiker... Oh... Ich hör schon wieder den ersten... Wo ich mir immer denke... Von wegen so... Nein... Man darf Witzel über alles machen... Außer über... Unfall... Oder Amok-Opfer... Jaden... Es ist Jaden... Es ist Jaden... Oben aufm Leuchtturm... Ich bin schon wieder... Inno... Was für ein dummer Programmierer... Huren... Söhne... Ich bin der... Ich bin der... Die mega Ausrede von Flo... Und irgendwann... Ich bin auch Inno... Wenn ich gleich tot bin... Was... Make me Fafa! Und wenn ich gleich tot bin... Was... Das macht erschreckend... So... Wir beide leben noch... Das ist ja interessant... Ich hab Tschüssi gehört... Ich glaub das bin ich... Mit diesem komischen... Was tust du? Ich hab so leise Flupflup, da so. Was ist das? Da oben, ja! Ich, für Detective, ich hab dieses komische Spider-Messer, das hat keinen Ahnung was benutzt. Wie benutzt man das? Oh, ich hab's ja gekocht. Wer hat denn gerade dieses Fuck gesagt? Oder so. Ich glaub, wer Frodo ist, ich glaub, er, ich glaub, er Frodo ist, äh... Frodo ist es? Ich glaub, er Frodo ist es. Wo bist du? Echt? Wie benutzt man den Crabble-Wook? Ich hab, ich muss allerdings dazusagen, Entschuldigung, Leute. Ich hab irgendwo in den Himmel. Ich muss allerdings dazusagen, dass ich keinen wirkliche... Keinen wirklichen Beweis dafür habe. Ah! Boah, ich sterbe es. Ach, der ist seit Ewigkeiten. Was benutzt du denn da, was ist das Geräusch? Ah! Das ist dieser Scheiss-Rappling-Hook. Ich bin nur Bad-Guy. Oh, kacke. Bittig! Oh! Scheiße, was war das? Ey, der ist eigentlich ganz cool. Frodo ist übrigens ein Team-Straker, Frodo ist... Jesse, du könntest jetzt auf den Turm hoch und dann Jaden killen von oben. Ja, aber ich hab ja keine richtige Waffe auch bei mir irgendwie. Kommt er doch nicht mal hoch. Natürlich verrecke ich einfach nur weil ich hier suche, hier wirklich Angst zu machen. Hohohoho, ich bin hoch. Das macht mir alles ein bisschen Angst. Wo bist du denn? Wo ist Flo? Hey, hi Robin. Oh Mann! Alter! Gott! Alter, ich mach's das nicht! Der ist so blöd! Ey, du stehst die ganze Zeit zwischen beiden Traitern! Ja, aber ich war nicht auf die Beine. Ich war nicht auf die Beine. Ey, das macht offiziell ein schlechterer Dieter als... Äh, Flo, äh, Flo, Flo und Flo? Mein... Ja. Mein Fuck war übrigens, weil ich so dumm die Treppen hochgelaufen bin, dass ich natürlich nicht gesehen hab, dass er... Er hat mich halt instant, sobald ich in seiner Sicht war, erschroß nicht, wenn ich da stehe. Oh, puh ey. Ich hatte die ganze Zeit nur drei HP, weil... Ähm, alle... Ey, Jane, du hast das super gemacht hier. Ja, ich hatte gar keine Waffe, ich hatte nur ne Crowbar. Jane ist der fucking Boss. Boah, Alter ey, Jesse, wirklich, das war wirklich das... Das war ja schon... Das sagtest du ja schon das letzte Mal, wo ich dabei war. Ja, sowas Lames gesehen. Tut mir ja leid. Also... Okay. Also weil nämlich... Ey, scheiße, ich bin ganz oben auf dem Leuchtturm und hab keine Waffe. Und bin Detective. Ja, machen wir den Leuchtturmhawk. Du bist Detective? Detective war eine kaufen. Ja, stimmt. Ich glaub, was kauf ich mir denn? Okay. Ah, irgendwer ist neben mir. Irgendwer ist neben mir. Das G36C ist nicht geil. Was ist geil? Das G36C ist nicht geil. Ähm, Rick, warum bist du verletzt? Weil ich runtergefallen bin. Oh, fuck, sorry. Oh, wie? Was von... Ist ich gerade immer auf dem Leuchtturm gewesen? Ist ich gerade immer auf dem Leuchtturm gewesen? Ich bin in den Leuchtturm, aber ich werd wahrscheinlich... ... einfach mal gleich jemanden zu sparen. Komm, Herr Wings, wir gehen auf dem Leuchtturm. Was? Geh mal, geh mal hoch. Nein. Wo ist hier? Wo ist hier? Jesse? Okay. Ja. Oben auf dem Leuchtturm liegt ne Leiche. Echt jetzt? Ja, ich bin gerade oben auf dem Leuchtturm gewesen. Das warst du. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Ja, ich hab ihn schon. Auf Qualität. Es ist noch einer, es ist noch einer, es ist noch einer. Ja. Yes! Ja, sehr gut. Oh, Alter, wie sie mich... Wie sie mich... Mich eng! Eben den Scheiß Schock geholt haben, Alter. Also, wie ich vor allen Dingen... Ohne Scheiß, wie ich vor allen Dingen hoch bin und einfach zwei Leute direkt weggeheaded hab. Ja. Wegge... Ja, ey, warte mal. Mich wegge... Weißt du, um einen sehr, sehr weisen Mann aus dem Internet zu zitieren, ja? Ich hab zwei Leute so hart weggepockt. Digi. Du hast zwei Leute direkt in den Kopf geschossen? Ja. Ja. Jaden, warum hast du mich abgeballert? Ey Flo, aber mich zu headern war nicht schwer. Ja, ich hab... Das Geile ist aber, dass ich erst... Ich wusste, dass du gerade im Shop bist, weil du geguckt hast, was es für Waffen gibt. Deswegen hab ich erst Jaden weggeschnalzt und dann dich weggeschnalzt. Ach so, Entschuldigung. Weggeschnalzt. Weggeschnalzt. Weggeschnalzt ist ja noch besser. Ja, ne? Der ist super. Weggeschnalzt. Oh, hast du jetzt beide die Eagles hier genommen? Mann! Da schießt jemand. Hier wird geschossen. Ich bin übrigens, nur mal so nebenbei, grad Dete. Und ich bin allein im Raum mit Rob Bubble, was nie besonders clever ist. Bin der mit dem Sohn mit? Ich hätte dich die ganze Zeit erschießen können mit dem Shotgun, ich hab's nicht gemacht. Ja. I'm innocent. Ich hätte dich auch die ganze Zeit erschießen können mit der Rifle. Warte, warte, warte. Chung! Ja, aber du bist auf den Texte. Da, wo du herkommst, da kam dir doch grad Make-Me-Fabba entgegen. Also war der vielleicht. Nein, nein, nein. Ich vertraue dich. Ich vertraue dich. Aber du kommst doch... Ah! Ja? Mein Kopf! Flo? Äh, Quatsch. Rikidiki, du kamst doch grad da her, wo Chung hingelaufen ist und gesagt hat, hier ist eine Leiche. Ich kam von hier hoch. Es sei denn... Es sei denn, er hat sie halt erschossen. Ich komm jetzt in den Leuchtturm hoch. Frodo ist Traitor. Der wäre zwar Traitor. Was? Wieso bin ich denn? Nein, er hat's einfach so gesagt. Du lebst doch noch bad. Scheiße, ich hab mir was gekauft, was total buggy ist. Ganz ehrlich, ich hab's mal einfach sicherheitshalber gesagt. Ich bin überhaupt nicht... Ja, Alter, ich müsste dich eigentlich ausprinten... Frodo ist Frodo, ganz klar. Dann wär... Nee, dann wär er jetzt wirklich tot, wenn er sagt, ich bin Traitor. Frodo, wenn du... Wenn du... Warum... Also der Traitor ist tot. Der Traitor hat ja irgendwann... Ey Frodo, du hast mich nicht bemerkt. Ich hätte dich herdern können. Du wärst tot gewesen. Ja, und ich hab dich nicht getötet, weil ich hätte dich, wenn ich Traitor wär... Also Frodo soll das hier verbunkern? Ja, ich hätte dich in dem Moment töten müssen. Frodo, du gehst hier hin? Ja, Flo kommt hoch, Vorsicht. Flo du kannst hochkommen. Lieb Rick noch? Flo, ich kann hoch. Wenn ich gleich tot bin, ist es Frodo. Oder Bad. Oder beide. Es können doch nicht beide sein, wenn Fairbanks schon Traitor ist. Nein, aber wer hat Fairbanks getötet? Scheiße. Großartig ey. Aber ich bin entschuldig. Rick ist Traitor. Miura steht auf dem Dach rum und weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Ich bin grad ein bisschen so... Make me Fuffa kommt dasselbe Haus hoch. Ey, es ist sicher dieser alte Typ. Da, ganz am Strand. Rick ist Hubert. Es ist Jaden. Es ist Jaden. Jaden hat auf mich gezielt. Längere Zeit. Ja, dann schießt auf Jaden. Wer war's? Wer war's? Hubert. Okay. Verdammt. Sorry Jaden. Ey. Ich habe einen Traitor. Boah, was für'n Scheiß, Mann. Ich wollte mal ein bisschen Zielschießen machen, ihr Penner. Rick war... Oh, stimmt. Warum hieß das so viele Leute an? Aber warum? Also random kills der Kacke. Also ich hab Fairbanks einfach so getötet. Warum? Weil wer da steht. Jaden, hab ich dich grad noch getroffen? Rick, deine Logik ist... Aber das Ding ist, dass er bisher hundertprozentig recht ist. Ey, aber wenn ich in Ostend bin. Und einfach Mario's Menschen töte. Bin ich sicher? Alter. Ja. Aber das... Darum geht's nicht. Ich möchte darauf hinweisen, dass er... Wo ist der Siegel? Oh! Ich kann mal kurz feststellen, dass... dass Fabi dieses Spiel, genauso wie H1Z1, noch nicht ganz in seiner... in seiner Grundfeste verstanden hat. Möchte ich darauf hinweisen, dass ich grad eben beide Traitor allein getötet habe. Ja, aber mit der Intention, dass du Randoms töterst. Ich möchte auch hinzufügen, dass er akkurater ist als... als Traitor schon mehr getötet hat. Ja und... Q-Bert ist offiziell der neue Fro... Ach... Wig, du bist offiziell der neue Frodo. Ja. Q-Bert ist der neue Frodo. Wig? Du hast einen Frodo Award für Irving's Detective. Ich darf jetzt töten, wer dich will. Also... Nein, darfst du überhaupt nicht! Nein! Nein! Was?! Das kommt... Alter, wie... wie er wirklich... wie er einfach wirklich... random wieder jemanden erschossen hat. Oh, Mann. Rob war wirklich einfach Traitor. Du hast random den Traitor getötet? Wie geil bist du denn, Alter? Alter, ohne Scheiß. Ich komm auf Fabi nicht klar. Ey, alle meckern gegen ihn und dann zieht er wieder so ne Kacke ab und killt den Traitor. Er hat einfach... Traitor. Er ist verdreht los, Alter. Fairbanks ist übelst am Ausrasten. Er ist nicht der neue Frodo. Er ist ungefähr der neue Frodo in... in... in alt und weise. Er ist so ne Mischung aus Frodo und Gandalf. Frondalf. Frondalf, ja. Fronda. Und BadGhostRider guckt mich nicht so an. Ja klar. Ich geh weg. Oh, wer war das hier? Ich hab's beim Detective, aber nicht bei Rick. Wow. Wobei, Rick ist so ein fieser Typ. Geh weg, sonst erschieß ich dich. Das Schöne ist, dass ich halt einen Mord... Erschieß ihn doch einfach aus Prinzip, Alter. Du liegst doch eh mal richtig. Nebenbei bemerkt, ich mag die Karte nicht. Das ist das Beste. Ey, warum kriegst du die Waffe? Hast du jetzt grad wirklich auf Badge schossen, Alter? Brutzen. Brutzen, Bratzen. Ich hab mich geschossen. Achso, ne. Schütze, 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 schütze. Brutzen. Schrubzen, Brutzen. Und Brutzen, Bratzen. Schutzen, Brutzen. Bist du das eigentlich... Schnitzen, Bratzen. Was? Oh, irgendwer ist grad gestürzt. Oh nein. Bad. Aber richtig bad. Lebst du noch bad? Nein. Also Leute, nur zur Information, ich hab die AK-47 vom Traitor genommen. Oh, du bist so ein dummer Pisser. Achso. Doch, das geht. Qwit hat... Qwit ist Traitor. Nein, es geht. Oh. Nein, Rick, nein! Ah! Nein, ähm, das geht wirklich. Ähm, man kann die aufnehmen. Echt jetzt? Mit ihm. Man kann die Waffen von der Technik... Miet, weil er mich genervt hat. Ich hab einfach drauf losgeschossen. Wem hast du denn Schüler geschossen? Da muss ich alle töten. Wenn ich schieße, wisst ihr nicht schießen. Ich bin ich der Traitor. Warum... Warte, schießt der Dete schon wieder auf alle? Aber es ist auch ne gute Strategie, muss man sagen. Ne, finde ich, finde ich überhaupt nicht, Alter. Können wir bitte irgendwie ein Counter-Schuss-Befehl gegen den Dete einrichten oder so ne Scheiße? Ich hab keinen Bock, hier zu erschießen. Kann jemand zu unserer Dete entfernen? Dann bin ich automatisch später. Wenn ich sowas machen würde. Nein, Mann, ich würd... Ich würd den Dete einfach aus Prinzip jetzt erschießen, Alter. Aber guckt euch mal bitte Rick's Karma an, ja? Ja, moin. Ich hab Angst. Was ist mit Rick's Karma? Ich muss mal in Rick's Karma reingucken. Rick hat das beste Karma. Wirklich? Nein, das ist ein sehr gutes Karma. Kannst du... Rick ist gefährlich. Hilfe. Dummer Hurensohn. Hilfe. Scheiße. Was tut ihr denn? Das ist nicht das Prinzip des Spiels. Ja, aber jetzt hab ich angefangen. Jetzt muss ich das auch zu Ende bringen. Es tut dir leid. Dummer Hurensohn, Alter. Ich kann jetzt niemand mehr trauen. Ey, du Sohn einer Mutter. Rick ist so ein Schwasti. Ich renne ganz gut vor dir weg. Warum denkst du, dass ich Traitor bin? Weil... Nein, er denkt nicht mehr. Er schießt. Oh Mann ey. Ich würd nicht... Aber... Ich könnte ja auch mal... Ich hab Rick ausgeschaltet. Ich hab Rick ausgeschaltet. Du hast Rick ausgeschaltet? Ja. Warum tust du sowas? Bist du etwa der Traitor? Er hat mich wohl ausgetötet hätte. War er grad bei dir oder was? Nein, da hinten. Wo? Er hat mich weggesnipert. Alter, Jaden ist sowieso ein krasser Typ ey. Das war danach Map-Chang'n. Mit die Kacke. Ja, please. Gib mir aufm Sack. Ich will wieder übertrieben ne krank Kack-Waffen. Muss ich dann wieder... Muss ich dann wieder weg? Nein, du bleibst noch drin bei dem Map-Change. Slender Map. Das haben wir gesagt, dass immer wenn wir... Immer wenn wir Map-Chang'n. Slender. Äh, Flo lebt noch. Ne, nicht Slender, Alter. Er lebt denn überhaupt alles noch? Kann man das irgendwo sehen? Lass uns mit Slender spielen und Rick ist Slenderman. Ja, genau. Oh, shit. Ey, warum habt ihr eigentlich alle noch geredet, wenn nur noch Jaden am Leben war? Ja, weil's sowieso scheißegal war. Nein, ihr habt mich total verwirrt, Alter. Nee, ist egal. Jetzt bei der Runde wo Rick so ne Scheiße gebaut hat, war's doch total egal. Ich wusste nämlich, dass ich gegen ihn kaum ne Chance habe, weil er mich übelst zerwichsen wird, was er auch getan hat. Aber ich hab drei. Naja, hm. Leute, jetzt schreibt doch nicht alle. Geht mir auf den Sack. Geht mir auf den Sack. Teil 3 ist auch nicht wirklich... Dummer Pisser auch nicht. Nein, Rick. Geht mir auf den Sack. Teil 3 ist für Anfänger schon gut. Ja, okay. Aber... Nein, Rick. Lass das Teil 3. Oder du liegst doch immer richtig. Oh. Kranke Kack Waffen Teil 3. Find ich auch gut. Ich muss bei Ricks Karma reingucken. Außer wenn Flo Waffen einbaut, die so OP sind, dass... Alter. Ganz kurz. Was ist denn eigentlich... Huch. Ich falle runter oder so? Nee. Ich hab den Orbitalen Strike nicht benutzen können. Du brauchst dafür drei Credits. Du musst mit dir Credits... Ja, aber ich hatte doch... Also er wurde mir als Kaufbar angezeigt. Nein, du kannst ihn kaufen, aber das geht nicht. Erst wenn du... Du musst mit... Du hast zwei Credits als Start gut haben, aber du brauchst drei. Du musst mit mindestens eine Person töten. Achso. Aber wo sind denn die ganzen neuen Waffen hin? Die hab ich seit der letzten Runde nicht mehr gesehen. Wo bin ich zur Hölle, alter? Ja, in der letzten Runde gab's die auch nicht. Gibt's anscheinend nicht auf jeder Map. Sorry, Bad. Mich hat grad jemand angeschrieben. Sorry, Bad. War... My Bad. Sorry, Bad. Sorry, Bad. Ich war noch nie auf dieser Map. Wir beenden den Stream, aber hier noch nicht. H1Z1? Bisher haben wir immer auf dieser Map geändert. Ich bin hier aber hier nicht. Komm, hier Rutzer. Oh nein, das lag. Ich lagge? Ich bin... Ja, aber nur ganz kurz. Alles wieder cool. Alter, ich bin schon wieder inno. Was ist denn das? Leck mich so hart am Arsch. Nein, danke. Leck mich so hart am Arsch. Teil 3. Oh fuck. Ähm... Ja, nix nicht. Ah, Rob Bubble. Entweder... Es ist... Make me Fafa. Make me Fafa. Nein. Make me Fafa. Nein. Warum bin ich es? Der killt einfach Leute random, Mann. Warum, Alter? Warum erschießt er sich dann einfach random? Weil Rick gleich rausgehen will. Und der will uns, glaub ich, einfach mal gehen, damit wir ihn loswerden wollen. Ja, das Ding ist, dann weiß ich, wer es ist, aber ich sag's jetzt nicht. Wenn Rick nicht so ein Spasti wäre, hätte ich euch vorher gesagt, wer es gewesen wäre. Ja, du bist jetzt tot. Also sagst du sowieso nichts. Ja. Ich zeig mal dem Stream... Ich zeig dem Stream kurz, wer es ist. Äh, wer es ist. Der hier ist es. Ich glaube, da ist das Fass hinter dir explodiert. Dieser Typ ist es. Der hier, auf dem ich grad folge. Ed, 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 Ed. Ich beobachte dich ganz schön, Jayden. Also Jayden, das ist nid. Ich sag nimmer, ihr könnt ja mal in den Stream gucken, dann seht ihr, wer mich folge. Alter Frodo, halt die Fresse, du bist tot. Okay. Frodo, du bist tot? Oder? Ja, ich bin tot. Ja. Wenn Frodo tot ist, halt die Fresse halt. Da liegen zwei Leichen, ich weiß von drei Toten. Hallo Fairbanks. Ich weiß. Confirm doch mal. Geht's dir mal an. Es ist Qbert. Es ist Qbert, es ist Qbert. Wer war der dritte? Oh. Ich. Make me Fafa war das. Oh gut, da hab ich dich doch erwischt. Hä, echt? Robin, du warst das nicht? Ja. Ich hab den Traitor umgebracht. Nein. Hab ich doch gesagt. Ich wusste, dass du mich vielleicht liest. Aber ich steine die ganze Zeit da oben. Ne, du standst nämlich in der Nähe von der Leiche und ich hab Shotgunschüsse gehört. Was? Ich stand hier oben auf dem Dach. Aber sorry, Riggs. Das mit dem Fass musste sein. Ich war nur verwirrt irgendwie. Das war jetzt irgendwie so ein Bug. Erstmal seinen ganzen Film sagen, dass ich das bin und nicht hier schlecht reden. Du willst einfach töten? Ich hab aber, hier ist ja ein relativ taktiges Spiel. Ach, stimmt. Ja, so muss man auch sagen. Ich hab einen Toten gefunden. Was? Nein, ich bin das. Also ich hab jetzt nicht wahllos immer nur Menschen erschossen. Nicht nur. Du hast mehr Glück dabei. Aber nein. Können wir uns ganz kurz darauf einigen, dass wir am Anfang, als wir mit TTT angefangen haben, mal gesagt haben, wer wahllos Random Kills macht, wird halt komplett gebannt. Ist ein Frodo? Ja, stimmt. Wir haben sogar Frodo paar Mal verwandt, bis er angefangen hat Riggs zu spielen. Das mein ich gerade. Deswegen ist es so lustig, dass wir bei... Aber grundsätzlich bin ich auch jemand, der auch einfach mal... Wir hatten mich gerade abgeknallt. Ganz ehrlich jetzt. Okay, Robin ist bei mir. Robin ist bei mir. Warum? Ja, weil ich Traitor war. Ah. Ah. Krass, ich hab... Ich war noch am Saddle schreiben. Ich hab überhaupt nicht mitbekommen, dass die Runde angefangen hat. Also, äh, Qubit ist Traitor. Genau, Qubit ist Traitor. Okay, Robin... Ich hab ihn erschossen, glaub ich. Nein. Ey, ich dachte, du bist Traitor, Chum. Ich bin nicht Traitor. Hier, wer schießt... Nein, der ist nicht Traitor. Das war letzte Runde. Achso, das war letzte Runde. Sorry. Ich dachte, diese Runde. Ey, dann tut's mir leid, dass ich auf dich geschossen hab. Ich dachte... Der ist Fairbanks. Der Detective hat mich schaden. Du hast gar nicht den Innocent erschossen, glaub ich. Mann, ich dachte, du... Inspektor Fairbanks. Er ist wieder da. Inspektor Fairbanks, er ist wieder da. Wuhu! Oh Gott, Leute. Oh Gott. Wir werden alle schlafen. Robin, ich trau' dir mal einfach. Weil du nicht so wahnsinnig bist. Oh mein Gott, Fairbanks ist... Ich weiß nicht, wo's denn? Fairbanks ist da. Nein. Ey, Yoda ist tot. Okay, außer Fairbanks. Fairbanks ist so gefährlich. Ich mach's wieder gut. Hier ist ein Health Station für euch. Ey, Fairbanks. Hier ist ne Health Station. Da sind alle tot. Ben, lebst du noch? Ja, Mann. Ich glaub hier oben, wieso? Ich mach dich fertig. Bruno, was war denn das für ne Aktion, Alter? Mann, ich dachte, du meintest das ernst, dass du in dieser Runde Traitor bist. Ich verdächtige Rob... Warum würde er das nicht sagen? Weil er ein verrückter Spasti ist. Keine Ahnung, warum... Ja, Jaden, Jaden, Jaden kennt da drüben rum. Ja, ey, ich verdächtige dich, dass du Melioda getötet hast. Warum? Weil du als einziger hier ne Sniper hast. Okay, was hast du dazu zu sagen, Rob? Das ist jetzt echt doof, weil ich auch ne Sniper hab und auf nem Sniper Spot stehe. Und ich sag das ja bewusst. Also Leute, ich war's nicht dran. Die ganze Zeit bei Fairbanks werdet ihr an Leute abgeknallt. Ich kann's gar nicht gewesen sein. Alles was ich höre ist Mimimi. Und weiter? Ja, was? Ich war die ganze Zeit bei dir, du Arschloch. Ich war's nicht dran. Flosy ist wieder am random gelegt. Es war Foto. Nein, Mann! Nein, Mann! Oh, shit! Kubert! Und Rob! Was? Hä? Wo hast du... Hä? Wo hast du den gesniffen? Oh! Loll! Weckesniff. Also war's doch... Also war's doch... Also war's doch Q-Bert ey! Ich hab euch beide getötet. Da oben warst du. Wer war denn jetzt schon... Dumme Drecksau. Ähm, Rob und Q-Bert. Ey, hätt ich... Warum hat jemand Nein geschossen? Ich hätt noch zweimal mit der Diegel draufheulen müssen, dann wär der weg gewesen. Ja, schön. Der vorzukopft da, ey. Aber es muss auf dieser Map auch die Random Waffen geben, weil ich hab grad ne Winchester gefunden. Echt? Ja, aber wahrscheinlich nicht so gut verteilt. Ja. Ja. Es kommt drauf an, was... Wo ist denn hier der... Aber allgemein ist der Server hier ein bisschen schlecht mit Spawn Raids und Waffen. Ja. Ey, auf dem russ ging mein... Nein! So haben wir gesagt, oder was, Alter? Upsi! Das war Fono Teil 3. Es war Fono Teil 3. Warte mal ey, wenn du was sagst wie mein Server Junge, dann hast du bloß wieder... Den... Den... Aus in dein Gesicht so. Och nicht... Kindlers, ihr müsst das echt noch üben. Jaden kämpft da drüben rum, Teil 3 auch nicht. Ich bin übrigens Inno. Auch nicht. Jaden ist der Dete... Irgendjemand ist der aber gerade runtergefallen. Ich bin mir aber nicht so... Oh, da oben steht, irgendwer zielt auf mich, versteht man. Ich bin auch, Inno. Ich bin Craitor. Der steht da, um die Ecke, ich komm jetzt rum, ja? Was? Mensch, der oben auf dem Dach steht, kübert? Ah, ich bin's. Sorry, ich bin jetzt wieder so richtig da. Ich sterbe auf deiner Seite. Ich bin auf deiner Seite. Ja, ich auch. Ich bin doch auf deiner Seite. Also nicht gleich losballern. Also nicht gleich losballern. Ja, dann geh nach vorne. 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 Ey, ne Waffe. Wenn Chung stirbt, weil ich... Make me, Fafa hat gerade geschossen. Mal wieder. Spiel ist abgestürzt. Das war nur der Boden. Also bei mir ist ein... Wo? Da hat jemand gestorben an der Konne. Ja, ich kann noch schießen. Brink ist jetzt das Spiel schon wieder abgestürzt. Ah, ich kann noch schießen. Ich sehe es, aber ich schieße fast auf mich bei. Irgendwer hat auf mich geschossen. Ja, das ist so schön schrecklich. Ach, Make me, Fafa. Ey, warte. Soll ich Make me, Fafa erschießen? Nein. Nein. Nein, ich bin innocent. Ich hab gerade nur das... Ja, ja, aber... Die Frage ist... Ich hab gerade nur das Fass runtergeschmissen, damit es weg ist. Ja, ich war nur verwirrt, was du machst. Deswegen... Okay. Yo. Ey, Chung. Schaffst du es Make me, Fafa von mir zu erschießen? Kurze Frage. Keiner von uns... Wie gesagt, der Make me, Fafa erschießt, wird von mir erschossen. Achtung, 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 Achtung. Ja. Nach der Rooftop-Runde spielen wir mal eine Runde Deathrun. Das hat doch keiner von uns gespielt. Ich glaube, das ist cool. Gerne. Weißt du... Bei Deathrun können wir auch alle Randoms mitmachen lassen. Ja. Aber ich diese Bretter kaputt hier machen... Und bei Deathrun... Warte mal, können wir ganz kurz, ganz kurz... Stopp. Alle Freeze. Freeze. Okay, die nehmen das... Meine Hände weg. Die müssen doch nicht in den Channel rein. Meine Hände sind weg. Gut. Danach spielen wir... Bad. Kurz zur Erklärung bitte. Danach spielen wir eine Runde Deathrun nach dieser Map. Ey! Miljoda! Stopp! Dann können möglichst viele Leute mitmachen, oder was? Ja, aber Deathrun ist nicht so schlimm, wenn viele mitmachen. Miljoda ist es und wir sind da. Geil, dann machen wir danach Deathrun in der Community. Aber erstens spielen wir diese Runde hier schön ernst zu Ende. Hinter dem Haus ist es Miljoda. Alle würden sich wieder bewegen, geb ihm Tod. Ja. Oh no. Wow, mit Ansage. Ich bin ein fucking Jedi. Sobrech, Motherfucker. Ich seh nicht mal jemanden. Ja, das war ich. Ey, Jesus. Flo bitte nochmal. Nein, ich hab nachgelaufen, Frodo. Ey, was nun eigentlich, Rick? Fuck, da oben. Ja, Rick und ich. Oh, was? Lol. Hä? Aber ich dachte da, Rick ist schon wieder eh weg. Oh nein, jetzt klaut immer wieder da hinten meine Deagle. Das ist ja toll. Ey, gib mir eine Sniper, dann kriegst du. Warum sollte ich dir eine Sniper geben? Es sei denn, du bist ein Traitor. Ey. Ich drück 10 für den Traitor. Rick schreibt gerade, dass sich sein, dass sich sein Rechner gerade komplett aufgehangen hat. Geil. Ich glaub, Garrys Mod ist zu okay für seinen Rechner. Wenn ich sterbe, ist es Fairbanks. Rechner, der gut ist? Bad. Ist es Fairbanks. Bad. Wo rennst du hin? Wenn ich sterbe, ist es Fairbanks. Oh, oder Frodo. Nee. Ich bin ja extra Frodo. Oh Gott. Nee, Flo, du zuerst. Ich geh in die andere Richtung. Ja. Wenn ich lebe, war es deine Mutter. Nee, halt. Wenn du lebst, war es deine Mutter. Deine Mutter war es. Nee, das macht keinen Sinn. Dann wären wir ja quasi verwandt. Seid ihr das nicht? Sind wir nicht alle Brüder? Blutsbrüder. Okay. Blutsbrüder. Ah, Blutsbrüder? Ah, sie wird schießt auf mich. Oh, ich höre Schüsse aber. Von wo und wer? Oh, hier drüben liegt ne Leiche. Oh mein Blutsbrüder. Das hat Melioda erschossen und ich hab ähm Qbert erschossen. What? Oh scheiße, Orbital Strike. What the fuck? Das war Orbital Strike, glaub ich. Holy cow. Der lebt noch? Ich lebe noch. Alle mal kurz bissel durchzählen. Hallo? Holy moly. Ich glaub die Leichen sind auch sofort weg. Das hat ordentlich weggeschätzt. Rick hat gesagt, er war schrägter. Walkarina. Ist jetzt ein geiler Patient. Geht ab, man. Oh man. Alter. Robin, kannst du mal die Dings checken da hinten? Woopsie. Robin? Kannst du da hinten bitte mal die, äh, die, die Leichen checken, die da alle rumliegen? Ich will wissen, wer noch lebt und wer nicht. Der einzige, der lebt, ist Make Me Fuffer. Oh. Okay. Lalalalalalalala. Du kannst doch Tab drücken. Oh yeah. Evil Bronk. Oh nice. Wann haben wir nochmal 4 Traitor, Bad? Ja, es gibt sie. Wtf. 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 Ich, U-Bird getötet, du hast dann mich erschossen und ich war Detective. Ja und ich, Idiot, bin einfach mal schön in den Orbitum-Zwike reingerannt. Ich war auf 3 Ziele und wer hat mich in dem Moment abschießt. Was? Es waren 4 Traitor by the way. Wtf. Ganz ehrlich, 4 Traitor ist ein bisschen viel. Ja, ich mach sowas gerne mal. Achso okay, weil ich hab mir gedacht, du hast wirklich geglaubt, dass du über den geschossen und sie ja schon sauber wird. Chlobot hat wen erschossen? Wenn ich in der Luft gespawnt bin, auf so ein Brett durchgebrochen und nach unten weitergefallen. Hört sich sehr interessant an. Erzähl weiter. Er ist noch preparing. Das sah so lustig aus. Ich bin Dete neben Börsen, falls es irgendjemanden interessieren sollte. Du bist erschossen. Deine Mutter Teil 3 finde ich lustig. Deine Mutter Teil 3 habe ich wirklich nicht gehört. Ich sperre dich ein Bett, haha. Ich muss sagen, deine Mutter Teil 3 habe ich lange nicht mehr gesehen. Hey Frodo, hey Bett. Robin, made my day. Ich verdächtige Q-Bird. Wieso? Weil du der einzige warst in der Nähe. Ich schieße bei Bad und ich nix. Geht ab, Alter. Black Reaper. 1, 2, 3, 4. Ey, Yoda. Ich werde jetzt zu den geilen Patienten, Frodo. Okay, Mann, ich geh gleich. Was ist denn das? Ich will, du wüsst, was das ist. Frodo. Freu dich für unsere geilen Patienten, Mann. Achso, jetzt habe ich. Oh Gott, Bad kommt mit einem Fass. Ah, Bad bist du irre, Alter? Ja. Wow, wir haben uns fast geschossen. Frodo, lass mich vorbei. Ja, sorry. Wer auch nur ansatzweise auf mich zielt oder schießt. Ey, Miyoda, Miyoda wollte auf, ey, auf mich zu schlagen, Alter. Miyoda hat aufs Fass geschossen. Ich habe gefragt, ob wir auf Bad schießen wollen. Echt jetzt? Ja, sie hat doch gerade aufs Bad, ach du hast auf, du hast auf Bad schießen wollen? Was? Nein, ich habe dich gefragt, weil du bei Bad doch mit einem Fass gekommen bist, habe ich dich gefragt, ob wir auf Bad schießen wollen. Mehr habe ich es nicht gemacht. Aha, seid ihr beides. Aber wer hat dann das Fass, wer hat dann das Fass erschossen? Ich sag doch die ganze Zeit. Ich hab nichts Fass erschossen. Ach, Jayden war's. Ich glaube, Rob Bubble ist ein Traitor. Der hat gerade versucht, in diesem Haus da mit dem Helikopterlandeplatz drauf zu betätigen. Ah, fuck, Alter. Ich bin badly wounded, weil ich runtergefallen bin, ja? Was testest du? Frodo, du bist schlechter, die schlechte. Okay. Was hast du denn da drin gemacht und warum bist du dreimal zur selben Konsole gerannt? Frodo war Traitor. 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 Ich jetzt? Hab ich recht. Oh fuck, ich werd abgeballert. Random Kill, Motherfucker. Jaden ist es. Es ist Jaden. Es ist Jaden. Jaden. Wo ist Jaden? Jaden ist auf den Doppelturm. Ja, ich bin direkt neben denen. Das hätten die gehört. Ich hab's gesehen. Du hast nichts gesehen. Ich hab nicht mal einen einzigen noch auf das Fass, aber sonst hab ich keinen einzigen Schuss gegeben. Ich hab mit dem Scheiße. Ich kenn dieses. Also irgendwer hat mich aus der Entfernung abgeballert und ich glaube es ist. Es war nicht Jaden. Okay. Ich nicht. Kollege. Es war nicht Jaden. Oh shit. Das war auch nicht Robin, weil ihr hattet nicht die Waffen. Also ich bin von der Entfernung abgeballert. Das heißt es ist Qubit. Qubit oder Fairwanks. Qubit, diese blöden Lister. Da sagst du mal nix. Der ist immer so ruhig, Mann. Das muss einem eigentlich auffallen. Das Problem ist. Kann mal jemand da oben Jaden überprüfen? Der ist es nicht hundertprozentig. Ich bin in einer echt schlechten Lage gerade. Rechts töten dir Bad. Also ich vertraue Bad und Melioda. Also alles übernehmen ja. Ich hab nur gedacht, dass es Jaden wäre. Deswegen hab ich ihn erschossen. Aber das war nicht. Ja, weil unser Dieter den... Ja, sorry. Ich war mir verhältnis mir nicht sicher, dass er war. Ja, wir hatten sie auch nicht. Weil Jaden ist aber... Und Melioda töten können. Ich bin immer noch davon überzeugt, nebenbei bemerkt, dass es... Dass es Rob ist. Hallo, ich hätte Melioda und Fair töten können. Ja, hätte hätte. Vorratkette. Was geht denn ab, Junge? Wir sind da. Achtung. Qubit ist unten bei dir, Flo. Achtung, ich erschieße Qubit. Oder auch nicht. Wo ist er? Hä? Er steht unten am Turm und er zieht auf dich. Aber wieso kann ich ihn nicht treffen? Was ist denn das für ein Shit? Qubit ist es, weil Qubit nicht mehr redet. Er kann ja schlecht auf mich zielen. Wir sehen ja nicht. Hä? Will mir das dann erklären? Ich sehe Qubit auch. Ich sehe auf seinen fucking Kopf hier gerade. Ja Qubit. Darf ich das erklären, obwohl ich bin? Oh yeah. Ja, erklär mal. Garrys Mod verzieht in verschiedenen Auflösungen einfach mal, weswegen das sehr seltsam ist. Es ist Qubit. Es ist Qubit. Es ist Qubit. Ja, das wissen wir auch. Weil man manchmal nicht trifft. Ja, klar. Aber ich kann ihn blöderweise kaum treffen. Ich glaube Qubit hackt. Ich glaube Qubit hackt. Schieke. Komme zu dir Flo, ich rette dich. Ach Gott, schau mal der Flo hat versucht anzuschießen. Was zum Fick. Das ist der peinlichste Kampf aller Zeiten. Okay, eine Frage. Warum nimmt niemand die Schuhe von dir? Oh no! Das ist wohl ne dumme Scheiße. Warum ist Beth denn die Suche? Oh Gott ey. Ich hatte schon so gute Moves heute. Ihr seid so kacke, Alter. Könnt ihr das jetzt eigentlich nochmal enden? Macht keine Chance, Qubit. Ey Leute, wer lebt denn jetzt gerade noch? Wer hat den getötet? Also ich leb noch. Qubit, explodier einfach. Wir haben Chance und explodier. Beth lebt noch und Qubit lebt noch. Ja, aber Qubit ist irgendwo außen bei mir und ich hab Angst. Ahhhh. Yes, nice. So weit hat sie geschossen. Schönes Ding. Schönes Ding. Das ist doch wirklich so was von lame. Was denn? Mega gut. Das war jetzt gerade ein schöner, ich bin stolzer. Aber sag mal Flo, also Floyd. Hast du mit deinem Blazer Rifle geschossen einfach aus Spaß? Ich hatte kurzzeitig damit geschossen, ja. Aber ich hab zweimal Jayden verfehlt. Das ist nämlich lustig, weil direkt unter dir, also auch aus deiner Schussrichtung, war halt Qubit. Weißt du? Deswegen ist das so lustig. Das ist in der gleichen Richtung, wo der DT random killt. Ja. Wie bist du eben aber da rüberge... Wie bist du... Wie bist du... Wie bist du... Wie bist du... Was macht der F das? Wie komm ich denn hier runter, Alter? Wie komm ich hier runter verkacken? Was, ich glaube du hast gecheatet, Alter? Ja, nein. Oh... 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 Oh shit... Oh shit... AWP ist... Die Leute hat sofort jemanden erschossen. Robin hat eine AWP benutzt. Ist der schon tot? Jetzt hab ich eine AWP benutzt. Kann das sein? Mach mal so'n Fass kaputt, also nicht erschrecken. Ähm... Wer ist hier? Robin hat eine AWP benutzt. Ich hab ein fucking... Rob... Ich hab ein fucking... Ich hab einen fucking... Ich hab einen fucking Crowbar, Mann. Ich hab einen fucking Crowbar, Mann. Ich hab einen Sniper. Ich hab auch eine Crowbar, Robin. Stell dir vor! Ey, was? Wer schießt dir auf mich? Ich nicht! Ich hab nicht gesehen, wie du die... Waffe benutzt hast. Von wo denn? Wie willst du das gewin' haben? Ich bin da gerade mit einem Graffle-Hook angeflogen gekommen. Wow! Äh... Jaiden? Warum schießt ihr auf mich? Ich schieße nicht auf dich. Du hast doch gerade auf mich geschossen. Neben mir ist doch ein Schoss eingeschlagen. Oh... Bad. Hör auf zu fliegen, ganz ehrlich, das ist dumm. Warte mal. Das ist ein Grapple-Hook. Ach so, gut. Warte, ey Jason, da schießt aber einer bei uns. Nein, nein, die Grapple-Hook ist ne ordentliches. Das sah nur grade so aus. Ja, es ist, es ist vieles. Ja, aber ich meine nicht Noclip, wie erst. Nein, Noclip hat noch keiner gemacht irgendwas. Doch, gerade letzte Runde, ich muss das zugeben. Ja, Robin ist tot. Ja, Robin ist tot, weil wahrscheinlich... Warte mal, stopp. Wenn man das Gerbe des horizontalen Stellungswechsels ausübt. Und verdient. Ach hey, Qbert. Hashtag, Hurensohn. Oh fuck, Miliona, weg. Fui, fuui, fuui, geh weg. Ich geh hoch, wenn du weggest. Drodo, das sah so creepy grad aus, auf einmal stand da einfach in der Eck jemand. So angeklübt. Jetzt lass mich in Ruhe. Können wir nochmal die Slender-Map machen, so zum Schluss sieht er voll Bock drauf. Nein, ich glaub nichts drum machen ohne... Slender, 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 Slender. Ich hab noch keine Ahnung, ob das andere geht. Das müssen wir nochmal erklären irgendwie. Also Robbubble war ein Traitor und ist tot? Oh. Ja, den hab ich gekillt. Rudo, lebst du noch? Ich glaube nicht, wenn er so schweigsam ist. Scheiße. Er schießt hier... Ah ne, der schießt hier total wieder. Genau. Ey... Fett. Wer ist das? Robin. Jesse hat... Das ist Jesse. Nein! Ich war's nicht. Ich war überhaupt nicht hier. Ich war jetzt nicht. Ich war zum ersten Mal. Nee, aber... Tönt mich, wenn du willst. Hm. Oh fuck. Und wer ist das? Qbert. Nee, dann ist es... LeFloid. Oder Jaden. Hä, lebt die beiden da noch? Leben die beiden da noch? Ja, madame du! Ich versteck mich hier am Turm. Was... was kritzelt denn da? Ist das... Oh, das bist du wieder, ne?